William Eubank führt uns auf den Grund des Meeres, Zack Snyder mitten in die Zombie-Apokalypse und Alexandre Aja in eine Kryokammer mit Sauerstoffmangel. Mit in Summe 20 Streaming-Tipps und einem kleinen Letterboxd-Quiz haben wir in dieser Folge einiges mit euch vor. Und eventuell reden wir sogar über den vielleicht besten Film des Jahres. Viel Spaß beim Streamcatcher! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Streamcatchers, eurem Streaming-Podcast von Filmtoast.de. Ich bin der Patrick und an meiner Seite begrüße ich heute zum einen den Krischi. Hi Krischi! Hi Patrick! Hi! Und zum anderen freuen wir uns, dass er zum dritten Mal in diesem Jahr schon den Weg in unseren Podcast gefunden hat. Moin Timo! Moin Moin aus Flensburg! Moin Moin! Ja, wir haben heute ein für unsere Verhältnisse doch pickepackevolles Programm auf der Uhr. Deswegen würde ich vorschlagen, ohne weitere Umschweife gehen wir auch direkt in Medias Res. Es erwarten euch heute natürlich wieder eine Menge Streaming-Tipps, ein kleines Quiz am Ende. Und ansonsten glaube ich auch noch die ein oder andere Diskussion, weil wir uns vielleicht heute nicht bei jedem Film und jeder Serie zu hundertprozentig einig sind. Aber das schauen wir einfach mal. Und es ist ja schon fast eine schöne Tradition, Timo, beim letzten Mal, als du bei uns zu Gast warst, hatte die erste Serie, die wir besprochen haben, etwas mit Fußball zu tun, passend zu deinem Podcast, Lieber Bros. Und die Tradition wollen wir heute natürlich fortführen. Und deswegen darf ich dir am Anfang das Wort geben. Du erzählst uns ein bisschen was zu der Prime-Doku Schwarze Adler. Ja, vielen Dank. Die Lieber Bros. Ja, abrufbar bei Spotify, Apple Podcasts. Und nein, ich darf ein bisschen was über Schwarze Adler erzählen, der, wie ich finde, in den letzten, vielleicht vor 14 Tagen noch aktueller gewesen wäre, als es jetzt ist, durch die doch eher ungeschickten WhatsApp-Inkompetenzen eines gewissen ehemaligen Bundestroiner, äh, Bundestroerwarts. Ähm, der Name würde von der Redaktion geändert. Schwarze Adler, ein, wie ich finde, ja eher Anekdoten- und Episodenhafter Dokumentarfilm. Es werden also von Deutschen mit schwarzer Hautfarbe die jeweiligen Anekdotenhaften Geschichten erzählt, skizziert. Und unter anderem, ähm, Erwin Kostede, Jimmy Hartwig, äh, von Beverly Ranger, die natürlich jetzt eher aus Jamaika stammt, ähm, Steffi Jones, Gerald Azamor, Otto Addo, die ja als Duo bei Hannover 96 ihrer Zeit für relativ große Furore sorgten und ja den spektakulären Wechsel gemacht haben, dass Azar nach Schauke ging. Und Otto Addo genau in die andere Richtung, nämlich nach, äh, Lüdenscheid, wie man das ja, glaube ich, als Gelsenkirchener sagen muss, sprich nach Dortmund. Und von den aktuelleren Dingen ist dann Turo Nariga, den man ja von der Hertha aus Berlin kennt, äh, wird auch nochmal ein bisschen erwähnt, wie er diese, ähm, glaube ich, im Pokal gegen Schalke diese Episode hatte, dass er da mit Affenlauten vom, von der Tribüne begleitet wird. Und ich kann gar nicht so viel, oder ich will gar nicht so viel über die Qualität des Films sagen, es spricht vieles dafür, dass wenn meine Frau daneben sitzt und bei einer Sportdoku oder bei einer, bei einem Porträt, ähm, auch mitguckt und sitzen bleibt und auch den Kopf schüttelt, so wie ich über das, was da so teilweise berichtet wird von den Anfeindungen, von Äußerungen, ähm, da kommen ja auch mal gerne, ich scheue eigentlich das Wort Fans zu solchen Leuten zu sagen, da kommen halt Menschen mit einer Geisteshaltung auch zu Wort und da fallen halt Sätze wie, ja, die sollen in ihren Land zurück, die gehören hier nicht her. Ja, und das sind dann Sätze, die gab's vor 30 Jahren, die gibt's, äh, leider heutzutage auch noch, dementsprechend hat Schwarzer Adler einfach eine, von Aktualität oder, also seiner Aktualität hat er nicht eingebüßt. Ähm, ich fühlte mich gleichzeitig sehr, sehr, ja, unterhalten ist vielleicht das falsche Wort, aber ich fand's einfach sehr, sehr interessant, gleichwohl ich natürlich als jemand, der vielleicht etwas mehr im Thema ist, ähm, nicht jetzt das komplett Neueste erzählt bekommen habe. Ähm, es ist, ähm, sicherlich solide erzählt, äh, eher unspektakulär, aber dadurch finde ich auch nicht weniger, äh, schockierend ist auch so ein großes Wort, aber es ist schon, schon so, dass man da sitzt und denkt, wie, wie kann das eigentlich sein, dass nach wie vor so ein Denken in den Köpfen ist, ähm, und wir haben ja, wie gesagt, vor, ich glaube, knapp 14 Tagen nochmal erlebt, wie selber jemand, der sich, glaube ich, für selber relativ schlau hält, äh, was ja relativ unschlau ist, nicht nur sagt, sondern auch noch dann an die falsche Person, äh, äh, SMS beziehungsweise Whatsappt. Deswegen, ähm, für mich eine klare Guck-Empfehlung gibt's bei Amazon Prime, ist im Abo enthalten, schwarzer Adler, ähm, schaut euch das mal an. Ich glaube, selbst für nicht fußballaffin etwas ganz Interessantes. Das, äh, sehe ich auch so, böse Zungen würden behaupten, ich bin als FC Köln-Fan nicht fußballaffin, bin ich aber doch, äh, ich fand's auch, ähm, teilweise sehr erschütternd, also klar, wenn man ein bisschen, ähm, im Fußball unterwegs ist und sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann war einem Großteil davon schon bekannt, aber gerade bei so einem wichtigen Thema ist es natürlich auch eminent wichtig, dass einem das immer und immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird, dass es selbst heutzutage sowas noch gibt und das sorgt dann eben einfach nur für Kopfschütteln. Ähm, mit welchem Gefühl bist du denn aus schwarzer Adler gegangen, Regé? Ähm, ja, mit einem ziemlich aufgefühlten. Ich war also wirklich, ich glaube, das beste Wort, was für Timos Unterhaltung, also was er nicht nennen wollte, wäre gefesselt. Ähm, also ich war definitiv gefesselt. Ich habe mir das, äh, regelrecht reingesaugt. Ich habe kein Handy mehr am Mann gehabt, was man schon mal eher ähm, man gelangweilt wäre ja vielleicht, äh, zurate zieht, nenne ich's jetzt mal. Und am Ende war ich wirklich sehr aufgewühlt und auch fassungslos, teilweise den Tränen nahen, wenn man dann halt sieht, du hast da wirklich Top-Leute eigentlich gehabt, die da interviewt wurden, die dir einen echt guten Einblick gegeben haben, wenn da eine Shari Reeves am Ende, ähm, gegen Ende dann sagt, das ist meine Heimat, aber manchmal und die ist den Tränen dann nahen und das lässt, also mich hat's nicht kalt gelassen. Mich hat das richtig, äh, übelst erwischt, auch teilweise die alten Aufnahmen, die noch von, die man sich vielleicht noch so wirklich Nachkriegszeiten oder knapp davor, ähm, vielleicht vorgestellt hätten, wo dann, äh, Frauen interviewt wurden, die dann halt von amerikanischen Soldaten halt die, die Kinder bekommen haben, ja, wollen sie denn nicht heiraten? Doch, ja, aber dann wirst du das Kind weggeben. Nee, will ich nicht, ist doch mein Kind. Absolut richtige Entscheidung nebenbei, aber, ähm, wie entpört der, der, der Interviewer, der Reporter da war und dann siehst du ein, äh, dann so von 1957 und du denkst dir nur so, ey, also wie schon von euch ja gesagt wurde, das ist nach wie vor einfach, das war damals ein Thema, das ist heute ein Thema, teilweise hat mich auch, äh, so die Fernlage ein bisschen wütend gemacht, wenn dann Gerald Asamoah, der da halt dann bei Schalke da zu Wort kommt und sagt, ich hatte hier nie das Gefühl, ich wurde immer als einer von denen angesehen und die dann applaudieren und denkst du so, ah, ja, die müssen es ja irgendwie begriffen haben und eben jene sind es, die dann beim Jordan Torunariga da auf der Tribüne sitzen, die mit Affenlauten da, ähm, es macht mich einfach nur stinkig und dem seine Reaktion, das war für mich absolut nachvollziehbar, aber irgendwann reicht es auch einfach, es ist ja nicht das einzige Thema, was, ähm, immer noch komplett altertümlich behandelt wird, was zu wenig behandelt wird, meines Erachtens, da kommen ja noch Punkte wie, ähm, Homophobie natürlich noch mit dazu, dass man sich dann nicht mal frei, ja, zeigen kann, wie man liebt und lebt, weil wenn, du hast halt viel zu viele Dummköpfe in der Welt da draußen, das ist halt das Traurige und, äh, ich sehe da eigentlich gar kein Problem, wo man, warum das nicht so klappen sollte, aber da bin ich auch einfach zu utopisch in meinen Gedanken, wo ich denke, naja, auf jeden Fall war ich sehr gefesselt, ich sag Chapeau, also guckt es euch auf jeden Fall an, es ist eine Top-Doku, ich kannte vieles nicht, gerade die alten Sachen, die aktuellen Sachen hat man natürlich mitbekommen und, ja, auch so ein Anthony Buffo oder so, die man dann kennt, die habe ich nicht mehr live spielen sehen und das auch nicht so mitbekommen, wie mit denen da umgegangen wurde, so Ende 80er, Anfang 90er. Und das ist ja, um nochmal kurz einzuhaken, das ist ja schon der, der Beweis, wie, wie anders man damit auch umgehen kann, denn Anthony Buffo war ja in seiner aktiven Zeit schon und auch danach eher so der Sprücheklopfer, das heißt, der hat auch mal einen Spruch gebracht, ähm, so nach dem Motto, äh, willst du nicht auf meiner Plantage arbeiten, zu einem Gegenspieler, der ihn ein bisschen härter dran nimmt oder auch zu Fans oder Jimmy Hartwig, der sich vor die Fankurve, äh, bei, äh, ich glaube, Neger, Neger, Schornsteinfeger oder so wird gerufen oder husch, husch, husch oder solche Sachen und er stellt sich davor und, äh, dirigiert halt den Mob, äh, und, und badet sich und suhlt sich so ein bisschen in so einer Art von Panzer, den er denen entgegenstreckt, sagt der Motto, ihr könnt mir hier gar nichts und man merkt trotzdem, gerade im Falle Torunariga, wie angefasst er noch immer bei sowas ist, wenn er, wenn er sowas mitbekommt. Ja, und das Letzte, was ich noch sagen wollte, es ist halt wirklich auch hammerhart, das ist nun keine, keine, äh, 100 Jahre her, sondern vielleicht so gerade 50, wenn, äh, Beverly Ranger unter dem Song einmarschiert im aktuellen Sportstudio, schön und kaffeebraun sind alle Frauen aus Kingston Town und dann anmoderiert wird von, ich glaube, Ernst Huberti, der sagt, und hier ist der lebendige Beweis. Es ist wirklich, daran merkt man, dass wir, auch wenn wir jetzt 220, beziehungsweise 221 haben und dann sowas sehen wie Torunariga, sowas merken wie, ähm, ich komme jetzt doch zur Causa Lehmann, dass das Denken einfach nach wie vor in den Köpfen drin ist und das wird auch nicht so ganz so schnell verschwinden, egal was die Leistung und da kann man ja Gerhard Asamor und das sage ich als Dortmunder doch auch hervorheben, der immer am Limit gespielt hat, der sich für jeden seiner Vereine immer reingefressen und reingewuchtet hat und dann, so wie du es richtig gesagt hattest, der eigentlich immer sagte, ich bin einer von euch und dann aber erleben muss, dass da auf der, und zwar auf der Tribüne, nicht in den Kurven, sowas vorfällt bei einem Pokalspiel und Torunariga dort mit Affenlauten bedacht wird. Schwarzer Adler, schaut es euch an. Ja, also das Urteil fällen wir nicht oft, aber da sind wir uns alle drei, denke ich, einig, das ist ein Schaubefehl, insbesondere auch für gewisse milliardenschwere deutschen Mäzene, die sollten da auch reingucken und sich das zu Herzen nehmen. Ja. Da ist jetzt noch was angeschnitten. Da sollte man mal hopp hopp Amazon einschmeißen, wie ich finde. Jetzt muss ich doch noch was da reinragen, auch wenn du es gerade so schön abgeschlossen hast, aber genau das ist ja der Punkt, für den wurde von der Tribüne gegangen, um gegen so einen Hass anzugehen, wann wurde das mal dafür gemacht? Wann wurde mal, wenn mit Affenlauten irgendjemand da bedacht wurde, einfach mal stehen geblieben und gesagt, wir spielen hier nicht mehr weiter, wir machen das nicht mehr? Die Eier will ich mal sehen. Ja, das passiert dann eben maximal aus der aktiven Fanszene selber, aber im Boulevard findet sowas halt nicht statt. Ja, da fängt es ja schon an, da muss das Zeichen gesetzt werden. Ja, so ist das. Also Schwarze Adler bei Prime, Schaubefehl von uns dreien, nicht nur für Leute, die fußballaffin sind, das sollte tatsächlich sich jeder mal anschauen. Jetzt sind wir natürlich mit einem kleinen Stimmungstief gestartet. Wir haben aber noch eine zweite Doku in der Hinterhand und mit der versucht uns der Krische jetzt da mal ein bisschen rauszuholen. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Erzähl uns doch mal was zu The Movies. Ja, The Movies, die Geschichte Hollywoods. Ich war sehr Doku-affin letzten Monat. Ist halt die Doku, die praktisch vom goldenen Zeitalter, wie man es ja so schön sagt, in Hollywood, also so grob 30er bis 50er Jahre bis hin zur Gegenwart, dann einige Abschnitte zeigt des amerikanischen Kinos, also halt eine Chronik, erzählt viele Geschichten, die hinter den Kulissen passiert und halt ist halt so eine Kombination aus Originalausschnitten aus diesen, aus vielen Filmklassikern und irgendwie dann Interviews von Leuten aus der Filmbranche, also die nicht nur jetzt einen Steven Spielberg, Tim Burton, Robert De Niro oder eine Julia Roberts beispielsweise, sondern auch welche, die einfach auch mit der Presse und diversen anderen aus der Technik dann noch mehr zu tun haben, die viele vielleicht dann gar nicht kennen, sag ich jetzt mal. Und zeigt dann halt viele dieser wichtigsten Momente eigentlich so von Hollywoods Film, wie das sich so entwickelt hat, wie die Industrie zwischen Kunst und Masse, also wie man den Markt eigentlich da steuern musste, da hin und her, gesprungen ist, sag ich jetzt mal, wie man da versucht, irgendwie diesen Balanceakt hinzukriegen und ja, einfach wie das Ganze auch dann natürlich die Kultur beeinflusst hat, letzten Endes. Und das ist letzten Endes natürlich jetzt auch mal eine Hausnummer, die ich jetzt nenne, wo man sich durchguckt, also nicht wie Schwarze Adler, da waren wir glaube ich bei zwei Stunden. Für die Doku-Movies ist halt, wie gesagt, eine Chronik, ich weiß nicht, ob ich jetzt gesagt habe, dass es eine Chronik ist. Wir reden hier von einer zwölfteiligen Doku-Reihe, also es sind zwölfteile, circa 40 Minuten, die sich in je zwei Teilen mit den goldenen, bereits beantwähnten goldenen Jahren, dem goldenen Zeitalter beschäftigt, die 30er bis 50er und danach immer in je zwei Teilen 60er, 70er, 80er, 90er und die 2000er durchgeht. Die goldenen Jahre war am Anfang, muss ich sagen, teilweise ein bisschen gehetzt. Gut, da muss man aber auch einfach mal sagen, da werden ja auch einfach mal drei Jahrzehnte durchgekaut, dass in aller Ruhe das durchzugehen, könnte auch ein bisschen schwierig werden, aber der Rest ist dann halt schon ein bisschen behutsamer, auch wenn die Masse an Filmen sich da schon ein bisschen gestreckt hat. Ich fand es insgesamt sehr, sehr interessant, mich hat das auch, also es ist jetzt nichts, was jetzt einen fesseln würde oder irgendwie groß aufwühlen, das ist jetzt nichts, was man, aber es ist interessant einfach mal zu schauen, macht auch einfach mal Spaß, schon das Intro ist einfach so ein schöner Zusammenschnitt von diesem goldenen Zeitalter bis in die Gegenwart, mit vielen Anleihen von Filmen, ich habe da einfach mal am Anfang Pause gemacht und mal sogar geguckt, was ist denn da, habe meine Frau raten lassen und weißt du, wo zu welchem Film das gehört, das war schon ganz cool. Kann man auf, in der ARD-Mediathek gucken, ich meine bis Oktober steht es eigentlich bei jeder Folge, zwischendurch habe ich mal gesehen Juli, aber das wäre jetzt auch ab jetzt noch sehr viel Zeit, wo man die sich mal in Ruhe angucken kann, falls man die sich nicht direkt kaufen möchte, das wäre auch tatsächlich möglich, wo ab Juni, Juli, glaube ich, kommt es auf Blu-Ray schon raus. Perfekt, also The Movies in der ARD-Mediathek, könnt ihr das gerne nachholen. Ja, soviel zu den zwei Dokus, die wir heute im Gepäck haben, ich würde sagen, schwenken wir rüber zu den Filmen und da starten wir mit einem kleinen Disney Plus Segment, denn Disney Plus ist gerade jetzt im Monat Mai doch recht stark, was Filme angeht, vor allem was Genrefilme angeht und da starten wir mal mit Underwater, den gibt es seit dem 14. Mai bei Disney Plus zu sehen und das ist ein Film von William Eubank, den kennt man vielleicht als Regisseur von The Signal oder auch als Regisseur von Love und Love ist für mich einer der unterschätztesten Sci-Fi-Filme überhaupt, wer den noch nicht kennt, kann da gerne mal nachforschen, der wurde maßgeblich erschaffen von Angels and Airwaves, was ja eine Rockband ist, aber über den können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal reden. In Underwater geht es um eine Unterwasserstation im Marianngraben, also so ziemlich am tiefsten Punkt der Erde und diese Unterwasserstation wird durch ein Erdbeben größtenteils zerstört und die Gruppe von Forschern, die eben in dieser Unterwasserstation mehr oder minder eingeschlossen ist, die versuchen sich dann zur potenziell vom Erdbeben eher verschonten Nachbarstation durchzukämpfen und müssen dafür auch einen beträchtlichen Weg über den Meeresboden zurücklegen. Was da im Detail passiert, was da für das vermeintliche Erdbeben ausschlaggebend war, das erfährt man dann im Laufe des Films, das möchte ich hier auch sehr ungern spoilern, aber man bekommt da einen Film, erstmal einen Sci-Fi-Unterwasser-Film, da gibt es ja nicht viele Vertreter, gerade in der letzten Zeit, klar, so Klassiker wie Below oder Abyss von James Cameron gibt es da, aber da horche ich immer auf, wenn sowas mal wieder aufgegriffen wird und hier haben wir in der Hauptrolle Kristen Stewart und in den Nebenrollen mit Vincent Cassel und TJ Miller durchaus auch ein paar bekannte Namen und ich fand, Underwater hat eine sehr dichte Atmosphäre, die auch hauptsächlich daraus resultiert, dass das sehr liebevolle Sets sind, also da wird ganz viel mit praktischen Effekten und echten Sets gearbeitet und nur im Detail mit CGI und wenn das CGI kommt, ist es auch durchaus ansehnlich und man wird halt direkt reingeworfen, also es gibt keine lange Exposition zum Start, sondern man ist direkt im Szenario, wo Frau Stewart da aufwacht und von dieser Katastrophe Wind bekommt, also es geht direkt los und ich fand, das ist ein sehr kompetenter Vertreter aus diesem Sci-Fi-Unterwasser-Subgenre, wenn man so will, den kann man auf jeden Fall machen und den würde ich dann, ja, ich würde ihn uneingeschränkt empfehlen. Krischi, du hast ihn auch gesehen, gehst du da mit? Äh, doch, empfehlen, definitiv, ich war nicht so vom Hocker damals gerissen worden, das heißt aber nichts Schlechtes, es war so ein zwischen Sein und Nichtsein, es gab Dinge, die haben mir sehr gut gefallen, ähm, aber auch gleichzeitig nicht so gut gefallen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist zum Beispiel die Gestaltung, es ist sehr häufig oder meistens ja auch sehr dunkel, man kann nicht viel erkennen, das hat mich einerseits gestört und gleichzeitig fand ich es gut, weil ich auf der anderen Seite mit den Figuren mehr mitfühlen konnte, weil die konnten ja auch nichts sehen, also man ist noch mehr drin mit den Figuren. Ähm, insgesamt hast du ja auch schon gesagt, was für Filme es da eigentlich nur gibt, also es ist ein sehr enges Segment, ich hatte letzten Endes so ein bisschen Deep Blue Sea gedenken müssen, da hast du halt, also dieses Unterwasser, dann hast du an Alien, an Science, Cloverfield, das sind so alles Filme, die mir irgendwie durch den Kopf gingen, letzten Endes, ähm, wegen schlechter, schlechterer Sicht oder wegen dem, was da hinter steckt irgendwie, hinter den Erdbeben, dieses Unbekannte, die Settings wie bei Alien, wie bei Deep Blue Sea halt unter Wasser, das, es hat schon Spaß gemacht, doch, definitiv kann man den empfehlen. Ich hab ne Frage, ist er, ist er genauso dunkel wie Aliens vs. Predator 2? Nein. Nichts ist so dunkel wie Alien vs. Predator 2. Richtig, das, danke, Prüfung bestanden. Nicht mal die dunkle Seite vom Mond. Ja, ich glaube, da haben wir damals in der Alien und, ne, in der Predator Filmtoast-Fokus-Folge auch sehr ausgiebig drüber gesprochen, ja, das ist schon bewundernswert, wie dunkel dieser Film ist. Siehst du was? Ne. Nichts. Und du? Ne. Auch nicht. Ist bei manchen Filmen auch besser, wenn man nicht so viel sieht, ja, also, aber Underwater ja, also, von uns eine Empfehlung, ähm, könnt ihr, wie gesagt, seit dem 14. Mai bei Disney Plus sehen. Und wir bleiben bei Disney Plus und kommen zum Film, der, ich glaube, Anfang letzten Jahres oder schon vorletzten Jahres im Kino lief und jetzt eben das erste Mal dann per Streaming in einem Abo abrufbar ist und der durchaus, ähm, hohe Wellen geschlagen hat und doch recht beliebt ist und zwar Jojo Rabbit und über den mag uns der Krischi ein paar warme Worte sagen. Ja, und zwar sehr warme Worte. Ne, und zwar geht's, ja, es war tatsächlich letztes Jahr Januar, ich musste jetzt auch erstmal ein bisschen rekapitulieren, aber es war der vorletzte Film, den ich im Kino gesehen hab. Danach folgte nur noch, äh, Tenet im August und, äh, seitdem hab ich kein Kino mehr von innen gesehen. Kurze Gedenkpause, deswegen können wir jetzt weitermachen. Ähm, ja, in Jojo Rabbit geht's halt um den kleinen, äh, Johannes, glaube ich hieß er ja, aber Jojo, der liebevoll von seiner Mutter gerufen. Der gerade das, äh, entsprechende Alter erreicht hat, um in die Hitlerjugend zu kommen und entsprechend dann ein erstes Camp absolviert und das Wichtigste, glaube ich, an dem ganzen Film ist, er hat einen imaginären Freund und das ist Adolf Hitler gespielt von Regisseur, Drehbuchautor Taika Waititi, der, ja, wirklich einen halt sehr urkomischen, äh, Job hier erledigt, der grandios ist dabei. Und, ja, Jojo ist, äh, voll Blut, mit vollem Herzen dabei, möchte alles, möchte so top werden, wie sein großes Vorbild hat, Adolf Hitler, hat dann auch dieses Jugendzimmer mit Postern und allem, also wie man's eigentlich heute sich vorstellen könnte, aber dann halt zur damaligen Zeit. Und mehr möchte ich auch gar nicht groß zum Inhalt sagen, es ist halt, ähm, man sollte es selber leben, es ist ein sehr schwarzer Humor. Für mich hat er super funktioniert, hatte sehr kritische Momente dabei, ähm, der kleine Roman Griffin Davis, der hier halt entsprechend, äh, Jojo spielt, ist auch große Klasse und ruft da eine tolle Leistung, ich glaube auch Oscar nominiert war ja sogar. Dann hat man wirklich krass gute Stars dabei, Scarlett Johansson fand ich wirklich bombig, Sam Rockwell immer klasse und dann hat man diese einfach tolle Persiflage da eines Hitlers von Taika Waititi, der dem Film wirklich diese erst sehr erwartete Komödie verabreicht und dann wandelt sich aber der Film auch zunehmend, natürlich, das wird hier nicht gefeiert, es wird natürlich immer wieder die negativen Punkte eingespielt und der Zuschauer sollte das auch verstehen werden, wir hatten ja auch letztens unseren Film-Tools-Fokus zu Starship-Troopers und da würde ich die beiden ungefähr in eine Richtung, die gleiche Richtung, ähm, orientieren, man, es geht hier um Satire, es geht darum, dass der Film Sachen nicht beschönigt, sondern eigentlich aufdeckt wie, ja, wie soll ich es am besten ausdrücken, ich möchte jetzt nicht sagen, die Leute waren dumm, aber vielleicht ein bisschen eichverblendet und der Film dreht auch diesen Spieß um von Spaß zu gewissermaßen Drama, also mir ist das Lachen irgendwann mal doch sehr häufig dann im Halse stecken geblieben, ähm, so genial wie der war, da war ich manchmal emotional beinahe überfordert mit der, mit dem, was gezeigt wurde, es war eine überzogene Leichtigkeit, äh, natürlich immer zu sehen, aber wie die sich von der Realität dann ablöst, das verabreicht dem ganzen Film etwas, diesen, diesen Stimmungswandel, der dann da einfach einhergeht, das hat sich komplett auf mich niedergeschlagen und ich kann einfach nur sagen, war ich top, ich habe ihn auch schon zweimal inzwischen gesehen, der wusste einfach bei mir die richtigen Knöpfe zu drücken, es hat Spaß gemacht den Darstellern zu, zu gucken, ich fand, der hat zu Recht einen Oscar irgendwo bekommen und die Songauswahl ist großartig, die Songauswahl ist wirklich bombig, ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt deswegen. Timo, irgendwelche Ergänzungen von deiner Seite? Ja, toller Score von, äh, Macke Giacaccino wird da glaube ich ausgesprochen, furchtbar, ich kann so italienische Heritage Namen nicht, ähm, ich sag mal, dass der mich genau wie Krischi auf der emotionalen Ebene auch gecatcht hat, der komödiantische Teil, den ich auch gar nicht so sehr satirisch, ähm, finde, sondern einfach eher als, als Komödie, die halt dieses Setting hat, ähm, der hat mich weniger, also ich habe weniger gelacht, als ich erwartet hätte, weil doch die Vorschusslorbeeren, äh, relativ groß waren und ich habe den auch nicht vor, äh, längerer Zeit gesehen, das ist erst so ein paar, vielleicht zwei, drei Monate her, ähm, als der noch bei, äh, bei Sky im Portfolio war, ebenso auch wie Underwater und, ähm, der, der, ich würde mal sagen, die, die zweite, die dramatische, die tragische Hälfte, die ist dann aber auch, die hat, ähm, emotionalen Punch und es gibt dann auch zwei, ähm, wirklich extrem gut gefilmte, inszenierte Sequenzen, die, ja, die man auch einfach gesehen haben muss, das versuche ich jetzt so spoilerfrei wie möglich zu machen. Schwierig, ne? Super schwierig, äh, wobei das jetzt auch kein Film ist, bei dem man jetzt viel wegnimmt, wenn man da irgendwie was jetzt verraten würde, aber dennoch, ähm, ich, ich finde, der ist wirklich sehenswert, ich hatte vielleicht eine leichte Enttäuschung, was die Komödie in diesem Film angeht, ich hatte aber, umso mehr hat mich, haben sich so zwei, drei Momente wirklich, äh, Kinnlade runterfallen, das ist irgendwie das falsche Wort, da war ich wirklich, das war einmal so ein Schlag in die Magengrube. Ja. Und der hat gesessen. Sehr schön, ja, falls ihr, liebe HörerInnen, jetzt auch Lust bekommen habt, Jojo Rabbit zu sehen ab dem 28.05., also wenn ihr die Folge Streamcatcher möglichst zum Release hört, habt ihr noch so grob eine Woche, dann könnt ihr Jojo Rabbit bei Disney Plus sehen. Ja, und letztes Satz vielleicht noch, Sam Rockwell gibt halt auch dem Affenzucker als, als da SS-Typ oder was er ist und den, den kann man, den hattest du schon ein bisschen hervorgehoben, wir sprechen ja an anderer Stelle heute nochmal über ihn, äh, vielleicht einer der unterschätzendsten Darsteller, der aber jetzt in den letzten Jahren wirklich hochwertige Produktionen abliefert, und zwar am Fließband, ganz stark, Sam Rockwell, hätte ich nie gedacht, als ich ihn das erste Mal sah, ich glaube, das war ein Safecrackers, schon 20 Jahre her. Oha, okay, da gewinnst du, so weit zurückkomme ich nicht. Sehr schön, gut, ja, soviel zu Jojo Rabbit, dann haben wir noch einen Film im Disney Plus Segment, der, bei dem es mich auch sehr gewundert hat, äh, dass er bei Disney Plus veröffentlicht wird, und zwar geht's um Ready or Not, und Ready or Not ist auch ein Genrefilm, lief auch vor ein, zwei Jahren auf dem Fantasy Film Fest, und da geht's um ein Pärchen, Grace und Alex, Grace gespielt von Samara Weaving, und Alex gespielt von Mark O'Brien, und die beiden heiraten, und zwar auf dem Anwesen von Alex Familie. Die haben deswegen ein Anwesen, weil sie stinkreich sind, und sie sind deswegen stinkreich, weil sie ein Brettspielmonopol aufgebaut haben. Also, die sind da wirklich, äh, ja, recht wohlhabend, und das sieht man auch, und, ja, schon während die beiden da ankommen, am Vorabend quasi der Hochzeit, wirkt das alles so ein bisschen verquer und ein bisschen shady, und man merkt schon als Zuschauer, irgendwas scheint da doch nicht so ganz zu stimmen. Und dann kommt raus, dass da tatsächlich was nicht stimmt, denn es gibt da einen Brauch bei der Familie von Alex, und zwar alle Leute, die einheiraten in die Familie, müssen ein Spiel spielen. Und wer da so ein bisschen, wenn ich Spiel spielen sage, an Saw denkt, der liegt da gar nicht so verkehrt, denn es ist ein tödliches Spiel, denn Grace muss sich auf diesem Anwesen verstecken, und die anderen Mitglieder der Familie jagen sie, und zwar wirklich auf Leben und Tod. Gut, ja, und dann geht der Film so seiner Wege, und, äh, ist, ähm, wenn man die Suspension of Disbelief, die man bei Horrorfilmen natürlich immer so ein bisschen, die so ein bisschen mitschwingend abgelegt hat, denn es ist wieder einer der Filme, wenn die handelnden Personen einfach miteinander reden würden, würde da so gut wie nichts passieren, tun sie nicht, und deswegen kommt der Film zustande, aber er geht direkt in die Action, er ist sehr blutig, aber dabei auch, äh, teilweise wirklich richtig komisch, ähm, ich fand ihn sehr spannend, auch bis zum Schluss, am Schluss dreht er nochmal ordentlich auf, und es gibt auch so ein, zwei Twists, die man vielleicht nicht unbedingt kommen sieht, und ja, gerade so, äh, Genrefreunde, die so 80er Jahre Splatterkino mögen, kommen da am Ende nochmal so richtig auf ihre Kosten, also ich hatte da sehr, sehr, sehr viel Spaß mit, und ja, kann den eigentlich bedenkenlos empfehlen, also wer Lust auf Ready or Not hat, den kann man jetzt auch seit dem 14.5., genauso wie Underwater bei Disney Plus im Abo sich anschauen. Ja, dann haben wir noch einen Film, den wir alle drei gesehen haben, wir bleiben im Genre treu, wir bleiben im Horror-Genre, äh, kommen da aber zu einem, ja, ich würde schon sagen, einem der größten Blockbuster der letzten Jahre, denn der erste Teil war der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten, und der zweite Teil, das zweite Kapitel kommt jetzt zu Netflix, Netflix, beziehungsweise kam es schon zu Netflix, seit dem 9. Mai gibt es das zweite Kapitel von S bei Netflix zu sehen, und da mag uns der Timo ein paar Worte zu sagen. Ja, ähm, die wesentlichsten Sachen ist das zweite Kapitel, äh, Verfilmung von Stephen King, äh, spielt 27 Jahre nach dem ersten Teil, unter der ersten Begegnung, und S, äh, wieder in Derry, Schauplatz der Handlung, eigentlich sind alle Mitglieder dieses Clubs der Verlierer aus Derry so weit wie möglich weggezogen, bis auf Mike Henlon, und, ähm, ja, es taucht wieder auf, in einer, ähm, gerade auch was die Buchvorlage angeht, sehr, sehr bekannten Szene, und, ähm, Mike setzt alles daran, dass dieser Club wieder zusammentritt, die Jungs haben sich selber teilweise rapide verändert, gerade, äh, was Ben angeht, auch was das Visuelle von Ben angeht, und gleichzeitig haben wir dann natürlich so ein bisschen dieses, ähm, manchmal dieses, äh, entgegengesetzte Charakterentwickeln, also Eddie, der immer ganz, ganz vorsichtig erzogen wurde von seiner, äh, Phobie-Mutter, um das mal so zu nennen, ist jetzt also Risikobewerter und, äh, schimpft immer noch wie ein Rohrspatz, aber hat sich dann, äh, eine, äh, quasi Ersatzmama als Frau oder zur Frau genommen, die ähnlich ist wie seine Mutter, Richie ist Stand-Up-Comedian, ähm, Stanley, ähm, was mit ihm passiert, sagen wir vielleicht eher nicht an dieser Stelle, und dann ist, äh, Bill sicherlich eher so als alter Ego von King selber angelegt, der ist halt Autor geworden, und wir sehen ihn das erste Mal in einem Filmset, wo gleich so ein bisschen auch die Meta-Ebene eingezogen wird, da wird ihm nämlich von, ich glaube, Peter Bogdanovich in einem Cameo, wird ihm klargemacht, dass er einfach keine Enden schreiben kann, dass die Enden seiner Bücher immer, äh, der ja shit, und, ähm, in dem Fall ist das natürlich auch ein klarer Verweis, das ist ein Vorwurf, der Stephen King selber immer sehr häufig gemacht wird, Stephen King übrigens auch selber ein Cameo noch in dem Film, äh, an späterer Stelle, der das auch nochmal aufgreift, also die Kritik an seiner eigenen Person in einer Figur auch nochmal verbalisiert. Viel mehr würde ich über den, na, gar nicht sagen, ich glaube, der ist entweder bekannt, oder man soll sich auch noch ein bisschen überraschen lassen, ich finde ihn erneut, um ein bisschen über die Qualität zu sprechen, was das Visuelle angeht, richtig kreativ, auch was die Kameraeinstellung angeht, was die Übergänge zwischen Szenen angeht, also das ist wirklich, ähm, das ist dann A-Horror, würde ich sagen, das ist dann kein, kein billiger Horror, sondern es ist wirklich, äh, groß gemachter Hollywood-Horror. Wenn Pennywise erscheint, ist das auch wie immer richtig furchterregend, das sind richtig eindringliche Szenen, die sich auch, finde ich, so ein bisschen, also zumindest bei mir ist das so, die brennen sich so ein bisschen ein und die kommen auch immer mal wieder raus in irgendwelchen, äh, Träumen, relativ random allerdings auch und dieses Typecasting der erwachsenen Figuren, das funktioniert halt richtig gut, also Bill Hader spielt Richie als Stand-Up-Comedian, ist selber ein sehr, sehr guter Stand-Up-Comedian und Parodist, ähm, das ist schon richtig gut gemacht, äh, Jessica Chastain als, als Beverly, die, äh, als Charakter allerdings dann auch einige merkwürdige Entscheidungen getroffen hat, da kommen wir vielleicht gleich so ein bisschen zur Zitrone des Ganzen, ähm, denn das ist schon so, dass einige Charaktere, finde ich, was die Lebenswege angeht, schon so merkwürdige Entscheidungen getroffen haben, also Beverly, die ja nun im ersten Teil, wer ihn noch nicht gesehen hat, Achtung, Spoiler-Alarm, ja einen, äh, eher perversen, gewalttätigen, zum Missbrauch neigenden Vater hatte, hat sich das jetzt, äh, als Ehemann quasi geangelt, ähm, und warum Eddie so eine Frau als Ersatz-Mutti, die auch in der ersten Szene, er verabschiedet sich auch mit beim Mama oder Mom und, oder irgendwie sowas, äh, warum er sich das jetzt genommen hat, das bleibt wirklich, mir als, als jemand, der so auf, auf schlaues Screen, äh, und Storytelling steht, es erschließt sich nicht so ganz, und mir ist es neben der CGI-Last ist es ein bisschen wenig Pennywise, also, ähm, die Drehbuchentscheidungen, die ja auch schwierig dadurch sind, dass der Roman selber diese beiden Zeitebenen immer wieder verknüpft und immer wieder hin und her springt, das ist den Filmemachern halt nicht vergönnt, sondern sie haben sich jetzt dazu entschieden, das eher chronologisch zu erzählen, und das ist so ein bisschen der, der große Malus, weil es doch erzählerisch, wir reden ja auch über einen Film, der für einen Horrorfilm ungewöhnlich lang ist, ich glaube fast zwei Stunden und 50 Minuten mit Abspann, ähm, das zieht sich dann an der einen oder anderen Stelle schon, dennoch, finde ich, sollte man, äh, als Gesamtwerk auch erst Kapitel 1 und Kapitel 2 mal gesehen haben, und das sagt jemand wie ich, der jetzt ja nicht der größte Horror-Aficionato ist, sondern der wirklich sich guten Horror gerne anguckt und mittelmäßigen bis schlechten Horror auch gerne mal links liegen lässt, deswegen, ich könnte jetzt kostenlos bei Netflix im Abo sehen, nutzt die Gelegenheit, ich würde ja es begrüßen, wenn es nochmal eine groß angelegte Recut-Supercut-Nummer gäbe und man diese beiden Zeitebenen irgendwie miteinander, ähnlich wie es im Roman ist, miteinander verknüpfen und verweben kann, ansonsten er genießt erst Kapitel 2, es gibt immer noch genug Jumpscares, genug gute Momente, genug Grusel und er ist einfach, wie gesagt, dick produziert und deshalb sieht er auch extrem gut aus. Jo, gehe ich komplett mit, ich, äh, hatte da auch sehr viel Spaß mit, ähm, ich fand die erste Hälfte deutlich stärker als die zweite, ähm, weil da eben in der ersten Hälfte, klar, äh, kommt der Club wieder zusammen und da erfreut man sich einfach, du hast es vorhin schon gesagt, Timo, an den großartigen Casting-Entscheidungen, ähm, und alle Szenen mit Pennywise fand ich auch super, es gibt ja auch schon diverse, äh, Videos auf YouTube, wo die Leute zusammengeschnitten haben, in welchen Szenen Pennywise irgendwo im Hintergrund auftaucht oder irgendwo zu sehen ist, das macht auch dann großen Spaß, den Film dann mit dem Wissen nochmal zu gucken. Hat ein paar gute Jumpscares, hat gute Effekte, jede Szene mit Pennywise, du hast es vorhin gesagt, ist ein Highlight, ich fand die Comedy teilweise ein bisschen deplatziert und ein bisschen zu viel, aber, ja, mein Gott, du hast es gerade gesagt, ich meine, der geht fast drei Stunden, ähm, da ist natürlich einiges drin und ich denke, da findet jeder so seinen Part, der ihm am ehesten gefällt, aber dann wahrscheinlich auch jeder einen Part, der ihm nicht so gut gefällt. Also ich hatte da viel Spaß mit, nicht so viel Spaß mit, äh, wie mit Chapter 1, ähm, aber ich fand's durchaus gelungen. Krischi, du hast ihn auch gesehen, was ist so deine Meinung? Im Prinzip ein Mischmasch aus eurem, also ihr habt wirklich ein, zwei Sätze von mir, äh, schon wiedergegeben, sei es jetzt, dass Chapter 1 für mich deutlich besser funktioniert hat noch, ähm, ich fand den halt insgesamt stimmiger vom Gruselfaktor, ähm, ich fand die komedianischen Einlagen ebenfalls, äh, absolut deplatziert teilweise und da musste ich teilweise an Deadpool denken, so wie die Musik auch noch angespielt wurde. Ähm, das CGI-lastige fand ich gerade wegen dem, äh, tollen Flackerlicht auch sehr anstrengend, das ist aber eine persönliche Sache bei mir, dass ich Flackerlicht da nicht vertrage und deswegen nichts mehr vom Film gesehen hab. Dann wirklich weggucken musste, meine Frau musste mir sagen, was gerade passiert, weil ich das, äh, wenn mir da wirklich bei übel wird von. Und dennoch insgesamt, muss ich sagen, hat der Film mir letzten Endes recht gut gefallen, zwar nicht so gut wie der erste, aber ich fand, das war zum Ende hin einfach ein angenehmer und stimmiger Schluss der Geschichte. Ich fand auch das Casting durchweg eigentlich top, bis auf, ähm, Ben, der wirkte ein bisschen deplatziert, äh, in Form von Jay Ryan, den fand ich ein bisschen zu jung geraten. Oder zumindest wirkte er zu jung irgendwie auf mich, das kann man jetzt als, ähm, ja, der war halt top in Form und so verkaufen, aber im Vergleich zu den anderen Darstellern, die man da hatte, da wirkte der mir einfach so, als wäre der mal eben zehn Jahre jünger. Ich weiß nicht, wie ihr das, ob ihr das so ähnlich gesehen habt. Ja, ich weiß auch, was du meinst, ja. Ja, ist mir jetzt nicht so negativ in Erinnerung geblieben, ähm. Ja, die Wertung hat's jetzt nicht dadurch schlechter gemacht, ist mir nur so aufgefallen, wollte ich nur mal so anmerken, ist mir so aufgefallen. Ja, das stimmt, wenn wir die positiven Casting-Entscheidungen in den Vordergrund rücken, dann sollte man das auch ansprechen, ja, da hast du recht. Genau, ja, also ich hab da auch, äh, ich verbinde da auch ein paar wohlige, Urlaubserinnerungen mit, denn ich hab den damals im Hamburg-Urlaub mit meiner Freundin im großartigen Savoy-Kino gesehen, war mein erster Besuch da, ähm, und das hat dem Ganzen natürlich noch so einen gewissen Drive mitgegeben, ähm, ja, und, äh, aber auch ohne diese, ohne diese Urlaubsverknüpfung, äh, finde ich ein guter Film, gerade für Fans, äh, vom Erstling, die haben den wahrscheinlich jetzt sowieso schon gesehen, ähm, und für alle anderen ist der eben seit dem 9.05. bei Netflix inklusive. Gut, schwenken wir einmal kurz von Netflix rüber zu Prime, da hat der Krischi etwas im Gepäck, da wird's, glaube ich, ein bisschen ernster, wenn ich's richtig im Kopf hab, aber da kannst du uns ein bisschen was zu erzählen, und zwar zu sieben Minuten nach Mitternacht. Korrekt, oder im Original Monster Calls, ich glaub, der ist sogar in meinem tollen Feature deutsche Filmtitel, ähm, ja, in sieben Minuten nach Mitternacht geht's um, äh, einen zwölfjährigen Jungen, Connor, und der lebt in England bei seiner schwerkranken Mutter, und hat auch eine sehr enge Bindung zu ihr, muss dann, ähm, nachdem diese regelmäßig für einige Tage immer zur Therapie ins Krankenhaus muss, bei seiner Großmutter unterkommen, die wir, die wird von Sigourney Weaver gespielt, die Mutter übrigens von, ähm, Felicity Jones, und es ist so, dass er eines Nachts, so exakt um sieben Minuten nach Mitternacht, äh, wieder aus einem Albtraum erwacht, das passiert halt schon mal häufiger, und, ähm, es gibt einen großen Baum auf dem Friedhofshügel da, neben einer Kirche, die er immer durch das Fenster sehen kann, und plötzlich verwandelt sich diese in so ein recht, ja, nennen wir's mal knorriges Monster, das hab ich jetzt auch so mal übernommen, wo ich's gelesen hab, knorrig, find ich, passt auch sehr gut, äh, im Original gesprochen von Liam Neeson, dass, äh, dann bis in den Garten zu Connors Zimmer kommt und mit ihm dann anfängt zu sprechen, und Connor dann sagt, dass, äh, er ihn besser kennen würde als er selbst, und beim nächsten Treffen er ihm anfangen wird drei Geschichten, also bei den nächsten Treffen immer eine Geschichte erzählen wird, insgesamt drei Geschichten, und anschließend muss, äh, Connor ihm im Gegenzug von seinem Albtraum erzählen, der letzten Endes auch eine gewisse Wahrheit beinhaltet. Und mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht jetzt, oder mehr muss man auch eigentlich gar nicht erzählen, das ist dann halt schon so, dass es sich natürlich wiederholt und dass dann was dabei rauskommt, das ist ein Film, der mich sehr aufgewühlt hat, bei dem ich am Ende einfach nur da saß und gedacht hab, wow, also eigentlich reicht das auch nicht, aber mehr hab ich nicht rausbekommen damals in meinen Gedanken, dass ich nur gedacht hab, wow, ich war, diese Erzählweise und auch die Figuren, die Darsteller, die Optik, die Message, die der Film letzten Endes dann, äh, einem vermittelt, es ist wirklich wow, also mehr als das braucht es manchmal auch nicht, um das zu beschreiben und dieses Gefühl, aber es ist wirklich ein großartiger Film, den, wenn man ihn gesehen hat, auch erstmal sacken lassen muss, der, die Darstellung einfach auch von, wie die Geschichten dargestellt werden, es ist, es hat mir einfach durch die Bank weg super gefallen, ich kann es jedem empfehlen, auch mal zu schauen, es ist ein Film, der lange Zeit wirklich, äh, unter dem Radar blieb, den ich viele gesehen hab, den ich früher noch in meiner Tätigkeit im Einzelhandel, ähm, gerne den Leuten empfohlen hab, wo ich auch immer wieder dann zurück, mit einem Weinen Auge ein Danke bekam, aber nicht im Sinne von Danke, dass du mir was Tolles nur empfohlen hast, sondern auch gewissermaßen auch so Blödmann, äh, ich bin doch nah am Wasser gebaut, sowas hat mich doch auch arg mitgenommen, aber trotzdem noch positiv natürlich, vielleicht hab ich mich jetzt auch missverständlich ausgedrückt. Nö, ich denke, das war klar. Vielleicht ist das, ist das nach Warrior dir der zweite wirkliche, äh, ja, Geheimtipp ist es ja gar nicht, aber der Film, den du mir nach Warrior ans Herz legst, den ich dann bald schauen werde. Ich bin dann auf deine Meinung gespannt, denn anderen hast du ja zu deinem Glück, äh, auch gut empfunden. Sobald Warrior in irgendeinem Streaming-Dienst verfügbar ist, werden wir da nochmal drüber reden, ja. Da kannst du auch von ausgehen. Genau. Ja, sieben Minuten nach Mitternacht oder im Original im Monster Calls gibt's bei Prime zu sehen. Ebenfalls bei Prime zu sehen und ich glaube, äh, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, äh, wir schwenken ein wenig, äh, von den höheren Wertungen zu den eher niedrigeren Wertungen, aber das kann uns der Timo am besten sagen, denn er hat sich Voyagers bei Prime angeguckt. Ja, ich gucke jetzt auf die Uhr oder den Timer und möchte, liebe HörerInnen des Streamcatchers, eine Serviceleistung für euch. Ich investiere jetzt hoffentlich nicht allzu viel Zeit, ich möchte maximal drei bis vier Minuten sprechen über Voyagers, ähm, von Neil Berger, äh, unter anderem auch, äh, den ersten Teil der Divergent-Serie inszeniert. Äh, sollte schon Warnung genug sein. Äh, ein wahnsinnig schlechter Film. Also ich hab ihm vier von zehn oder zwei von fünfen in der Letterbox-Skala gegeben, weil es ist nichts anderes als Herr der Fliegen im Weltall, aber in wahnsinnig Stereotyp mit dem Holzhammer. Figuren sind keine Figuren, das sind einfach nur Staccato-Menschen, die dort irgendwelche, äh, Pseudo-Charakter-Eigenschaften bekommen. Äh, Prämisse, die Erde ist wie immer dem Untergang geweiht, äh, wir müssen irgendwie kolonalisieren, ähm, ja, der Film ist einfach wirklich, das sag ich wirklich selten, weil ich ein Verfechter von differenzierter Filmbewertung und Analyse bin, aber der Film ist einfach wirklich lieblos, äh, ganz schlecht geschrieben, äh, Charakterentwicklung werden wirklich, äh, innerhalb von Sekunden ändert sich das Verhalten aufgrund einer gewissen Tatsache. Ich will auch gar nicht, der ist auch für mich spoilerresistent, weil das, man kann es alles erahnen, was passiert. Es überrascht einen nichts. Es sieht, ähm, einigermaßen vielleicht noch vernünftig aus, also was den Look angeht. Es spielt aber auch alles immer, immer, also fast alles zumindest innerhalb einer Raumstation, also erwartet bitte nicht jetzt einen großen, äh, visuellen Rausch, wie bei Passengers zum Beispiel, äh, oder Gravity. Man merkt manchmal, dass so ein paar von den großen, ähm, Namen da vermeintlich Pate gestanden haben, aber die Qualität, äh, in keinster Weise erreicht wird. Also, wenn man dann irgendwie zeigen möchte, das sind halt alles Jugendliche, die dann natürlich in ihrer, also ihre Generation wird die Reise zum neuen Planeten wahrscheinlich gar nicht überleben, sondern ihre Nachkommen schafft. Und wenn man dann erlebt, wie diese, ja, Teenies oder Menschen, die Teenies sein sollen, die dann aber auch beispielsweise von, ähm, ähm, Ty Sheridan gespielt werden, die, die einfach bekannte Gesichter sind, aber, aber die 0,0 Sympathien wecken und einfach auch so, so Charaktermomente haben, bei denen man denkt, sag mal, habt ihr es noch? Seid ihr eigentlich dicht? Das habe ich so noch nie über einen Film oder eine Filmbewertung gesagt. Also bitte spart euch das die Zeit. Ich glaube, der Film geht auch, äh, 100 Minuten. Spart euch die Zeit. Hört jetzt unsere drei, vier Minuten oder meine zwei, drei Minuten. Ich bin auch eigentlich schon fertig. Mehr möchte ich wirklich nicht wert. Und, äh, diese vier von zehn, wenn ich den Film nochmal sehen müsste, wäre das wahrscheinlich auch ein Fall für Abwertung. Ich fand ihn wirklich nicht schaubar. Ganz dober Film. Reicht. Danke für das eindringliche Statement. Äh, ich denke, das... Wie viel haben wir? Zweieinhalb? War doch ein bisschen lang. Ja, es war zweieinhalb. Es ist kürzer als der Film und damit haben alle HörerInnen gewonnen. Sehr schön. Aber dann wollen wir doch dem Service-Gedanken nachkommen, denn du hast es gerade gesagt, Herr der Fliegen in schlecht im Weltall. Ähm, das Original, also der Herr der Fliegen, korviert am 18. Juni nochmal von Cape Light neu aufgelegt. Zum einen in der ganz normalen Blu-Ray und zum anderen in der 3-Disc Limited Collectors Edition. Also Blu-Ray, Bonus Blu-Ray und DVD im schicken Media Book. Ähm, für gar nicht so viel Geld, da könnt ihr mal zu den Freunden von Cape Light drüber gehen. Und ich denke, da habt ihr den durchaus besseren Deal als eure zwei, zweieinhalb Stunden mit Voyagers zu verschwenden. Ja. Mhm. Dann versuche ich uns jetzt mal ein wenig aus dem Wertungstief zu holen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich denke schon, denn der Film hat mich durchaus sehr überrascht. Und zwar möchte ich ein wenig Werbung machen für Sörensen hat Angst. Das ist eigentlich eine ARD-Produktion, die läuft aber jetzt bei Netflix, nachdem sie bei der ARD-Premiere gefeiert hat. Und ist das Regie-Debüt von Bjarne Mädel. Den kennt man am ehesten wahrscheinlich als Ernie aus der Serie Stromberg oder auch als Schotte vom Tatortreiniger. Und ja, das ist ein Regie-Debüt. Er spielt auch gleichzeitig die Hauptrolle. Und das Ganze ist eine Romanverfilmung. Und da spielt der Bjarne Mädel eben den namensgebenden Sörensen. Der ist Kriminalhauptkommissar in Hamburg. Und leidet aber dann schon eine ganze Zeit an einer Angststörung und glaubt, dass er diese Angststörung so ein bisschen entfliehen kann, wenn er der Stadt entflieht und dem Trubel und dem Stress entflieht. Er zieht dann nämlich aufs friesische Land. Da kennt sich am ehesten von uns wahrscheinlich noch der Timo aus. Doch diese kleine, graue, ja vermeintlich trostlose Gemeinde entpuppt sich dann am ersten Abend eigentlich schon als genau das Gegenteil. Denn am ersten Abend, wo Sörensen in diesem kleinen Dörfchen ist, wird der Bürgermeister tot aufgefunden. Und zwar erschossen in seinem eigenen Pferdestall. Das heißt, er hat da direkt den ersten Fall an der Backe und natürlich einen mit Impact. Denn wenn der Bürgermeister erschossen wird, hat natürlich das ganze Dorf da Interesse, dass das schnell aufgeklärt wird. Ja, in solchen Dörfern sagt man allerdings Bürgermeister. Das ist eine Betonung, um mal den Lokalkolorit reinzubringen. Sehr schön. Es gibt tatsächlich auch recht viel Lokalkolorit, insofern ich das mit meiner süddeutschen Brille beurteilen kann. Also es hat eine ordentliche Prise Humor. Allerdings würde man dem Film Unrecht tun, wenn man ihn darauf beschränkt. Denn es geht natürlich im Hauptplot darum, diesen potenziellen Mord aufzuklären. Aber bei allem Witz und bei all den typischen Tropes, die man eben bei so einem norddeutschen Krimi kennt, nimmt der Film dann doch eine recht beklemmende und noch trostlosere Atmosphäre ein. Und ich hätte definitiv nicht damit gerechnet, was dann so im letzten Drittel passiert und welche Flanken da noch aufgemacht werden. Also man sollte da nicht den Fehler begehen und denken, ja, eine Mädel, norddeutscher Krimi ARD, das ist doch irgendwie so ein, einfach nur so ein feinhumoriger TV-Abend. Denn das ist es keineswegs. Dafür ist das Drehbuch viel zu gut. Und ja, dafür geht er am Ende noch ein paar Extrameilen, würde ich sagen. Also den möchte ich fast schon bedenkenlos empfehlen. So viel zu Sörensen, hat Angst, könnt ihr und solltet ihr bei Netflix reinschauen. Der lacht mich auch schon seit ein paar Wochen an. Ja, dann rein da. Jetzt hast du mich. Jetzt hat er mich und jetzt hast du mich. Sehr schön. Gut, ja, du hast gerade schon das Wort ergriffen, das will ich dir nicht nehmen. Du erzählst uns was zu dem einzigen Film, den wir heute von Sky im Angebot haben, und zwar der Fall Richard Jewell. Ja, ich möchte vor allem erstmal warnen, dass man folgenden Text bitte nicht, ich lese ihn auch absichtlich so vor, damit es so wirkt. Und es ist genau das, was es nicht ist. Ein Mann, der eine Bombe entdeckt wird vom Held der Nation zum Attentäter und Ziel der Regierung. Nach einer Wahnbegebenheit der Fall Richard Jewell jetzt zu streamen. Das ist eine Sky-Ticket-Werbung und man kann diesem Film nicht weniger nahe kommen, als mit dieser reißerischen Stimme und dem Text, der dort den Antext sozusagen bildet. Und das ist ein sehr, sehr feiner, kleiner Clint Eastwood-Film. Der Name an sich steht meiner Meinung nach immer für Qualität, was das Visuelle angeht, sowohl als auch das Inhaltliche. Es geht in der Tat um einen Mann, der mit dem Namen Richard Jewell, der eine Bombe während der Atlantik, Atlantik sag ich schon, während der Olympischen Sommerspiele in Atlanta im Jahre 1996 eine Bombe im Fenway Park entdeckt. Fenway Park ist Quatsch, das ist ein Boston-Name, entfällt mir jetzt gerade, weiß ich nicht, habe ich auch nicht notiert. War das ein Olympiapark? Wie bitte? Haben die das nicht Olympiapark dann genannt? Ja, das hat irgendwie noch so einen speziellen Namen, aber das weiß ich. Ist auch egal. Wir haben Richard Jewell in zwei kleinen Eröffnungsexpositionsszenen als eher spleenigen, deutlich auch übergewichtigen komischen Kauz kennengelernt, der so eine Art Möchtegern-Cop sein möchte, es aber auch von seinem, mit Verlaub, Intellekt her nicht ganz zustande bringt und dadurch auch immer wieder mal aneckt. Und ja, dieser manchmal auch als Wichtigtuer abgetanene Einzelgänger, der auch noch bei seiner Mom wohnt, der findet dann in der Tat diese Bombe und sorgt dafür, dass also, ich glaube, zwei oder ein Mann, ein Mensch stirbt oder aber zahlreiche Verletze, weil es auch eine Splitterbombe ist. Aber der rettet unheimlich viele Leben und wird als Held gefeiert, nur braucht das FBI halt sehr schnell einen Schuldigen und so gerät er auch aufgrund seines Einzelgängertums und seiner komischen oder merkwürdigen Art gerät er ganz schnell in die Schusslinie und ist halt auch so naiv in vielen Sequenzen, dass er das von Anfang an nicht so richtig durchblickt und immer mal wieder blitzt es so durch, dass hier auch eine so dezente Systemkritik von Eastwood dargeboten und gezeigt wird, aber nie so komplett mit diesem erhobenen Zeigefinger, was ich sehr angenehm finde. Es ist ein sehr ruhiger Film, sehr bedächtig inszeniert, aber gleichzeitig niemals langatmig oder langweilig. Und ich hatte ihn vorhin schon genannt, Sam Rockwell, der diesen Richard Jules kennenlernt, als er noch nicht sozusagen Held der Nation geworden ist, sondern ihn von vorher kennt, sich ganz schnell als sein Anwalt anbietet und wirklich ganz, ganz viele tolle Szenen hat, der einfach auch immer wieder gegen diese Windmühlen, dieses stoischen, naiven Jules ankämpfen muss, der immer wieder so denkt, ja das System, also das wird doch schon alles funktionieren. Und der ihm immer wieder klar machen muss, jetzt so nach dem Motto, jetzt halt mal die Klappe und sag jetzt mal bitte nichts, ich muss dich hier aus der Schusslinie bringen. Wirklich ein ganz, ganz toller, manchmal sage ich, ein kleiner, großer Film wie Nomadland ist für mich ein kleiner, großer Film, für mich ist Richard Jules so ein großer, kleiner Film, weil natürlich John Hamm unter anderem auch noch in der Besetzung, die Besetzung, Kathy Bates liest sich ein paar A-Liste dabei, Clint Eastwood ist sowieso Clint Eastwood mit seinen 90 Lenzen, aber es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner, feiner Film geworden. Ich habe ihn im Jahresrückblick schon empfohlen, Anfang diesen Jahres für 2020 und bin heidenfroh, dass er jetzt bei Sky nochmal ist, denn ich habe ihn schon ein zweites Mal gesehen, seitdem er im Programm ist und ich hätte, je mehr ich jetzt drüber rede und ich mache jetzt auch sicherheitshalber Schluss, ich könnte noch mehr mich heiß reden auf diesem Film, weil das wirklich ein ganz, ganz toller, fantastischer Film ist. Sehr schön. Christy, hast du noch Ergänzungen? Du hast ihn auch gesehen, ne? Ja, genau. Mit meinem Unwissen über die Ereignisse war ich auch regelrecht in den Bann gezogen und auch dauerhaft gefesselt von dem Film. Und ich fand auch Rockwell, der war so ein geiler Unterhaltungsfaktor, das hat so Spaß gemacht. Paul Waterhouse, seine Hauptrolle als Richard Jewell, den habe ich ja auch dieses Jahr schon mindestens zweimal, unter anderem für Cobra Kai und bei Antonia erwähnt. Der ist so maßgeschneidert da für die Rolle und Kathy Bates, die war wirklich, fand ich auch wirklich überragend gut. Und überragend ist vielleicht schon so viel, aber die hat mich auf jeden Fall emotional so gut gepackt, dass ich echt dabei war. Einzigen, sag ich das mal, nennt man es Trostpflaster, nennen wir es mal Enttäuschung ein bisschen, waren für mich Jon Hamm und Olivia Wilde, die ich an sich immer gerne sehe, aber hier so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es so an den Rollen lag, ich denke mal eher daran, ich fand es hier so ein bisschen, ja, meh, also ich weiß nicht, wie es anders ausdrückt, die waren so ein bisschen, das sind so Figuren. Bei Jon Hamm liegt es, glaube ich, echt an der Rolle, weil der eigentlich ein ganz, also er wirkt immer wie ein sehr smarter, cooler Typ auf der Leinwand, aber er spielt ja so ein bisschen die, sagen wir mal so, die Arschloch-Version, Entschuldigung, sorry für das harte Wort, die Arschloch-Version des Cops aus The Town, wobei er da, glaube ich, auch FBI-Agent ist, also das ist schon, schon eher so der, der kleine, der ganz schnell auch einen Schuldigen und Sündenbock braucht und der das einfach auch wirklich auf eine ganz, ganz asoziale Art macht und deswegen, man mag diese Figur einfach nicht, weil der auch nicht, der kriegt auch keine Absolution am Ende, so viel kann man es schon mal spoilern, sondern dieser Jon Hamm-Charakter bleibt einem einfach bis zum Ende hochgradig unsympathisch. Auf jeden Fall und Olivia Wilde genauso, selbst, äh, Ja, da will ich euch nicht zu sehr spoilern, aber die kommt auch nicht, äh, so, aber keine Ahnung, muss mal, muss ja auch nicht, aber Top-Film kann ich nur vom Timo sonst bestätigen, äh, gerne anschauen, das visuelle, das hat Clint Eastwood auch einfach wieder drauf, einem eine gute Story dazu geben und ja, da ist natürlich immer ein bisschen Pathos hinter, aber ganz ehrlich, der Film kommt aus Amerika, also da hast du den Fenway Park vorhin, äh, mit Boston erwähnt, da sind wir bei einem Film, den, der stinkt genauso vor lauter Patriotismus, da, also wer, wer da kein Problem mit hat oder das einigermaßen gut abgänzen kann, der wird, ähm, eigentlich stößt man bei Richard Jewell gar nicht so krass da drauf. Nee, finde ich auch. Also, da gibt's ja dann eine, eine wirklich Szene, wo es darin abgleiten könnte, die auch ein anderer Regisseur so pathetisch, wie du's gesagt hast, inszeniert hätte und auch die Musik dann wahrscheinlich pathetisch und orchestral das Ganze begleitet hätte und das ist halt hier nicht der Fall. Das ist angenehm und spektakulär und gleichzeitig trotzdem nicht minder mitreißend, das muss ich auch dazu sagen. Genau. Also, mich habt ihr auf jeden Fall gekriegt und schon bei den ersten Worten vom Timo ist mir aufgefallen, dass ich den sowieso schon länger, so peripher, ähm, im Auge hab, denn da wurde bei den lieben Kollegen von Kino Plus auch recht ausufernd drüber gelobt, wenn ich mich recht entsinne, aber dann hab ich den irgendwie aus dem Fokus verloren, aber jetzt werde ich ihn, ob deiner Empfehlung und da bei Sky inklusive ist, auf jeden Fall nachholen. Und ja, falls ihr das auch möchtet, der Fall Richard Jewell aktuell noch bei Sky zu sehen. Very nice. Dann kommen wir zu einem Film, den wir alle drei gesehen haben, ähm, und allein wenn ich, äh, mir jetzt vorstelle, wie der Krischi gerade grinsend vor seinem Rechner und vor dem Mikrofon sitzt, dann freue ich mich ja schon, wenn er mit den Lobpreisungen beginnen darf zu Die Mitchells gegen die Maschinen. Genau, ähm, ja, kommen wir mal ganz kurz zum Inhalt, aber den kann ich in einem Satz wiedergeben, äh, es gibt da eine namensgebende Familie, die heißt Mitchell und die finden sich plötzlich in einer Robokalypse wieder und müssen nun die Welt retten, also mehr muss man eigentlich vom Inhalt nicht wissen, es ist halt, äh, einfach rein, anmachen und einfach genießen, es ist einfach für mich ein, der war so herrlich anders, der war wirklich ein toller Spaß, also wenn man dann halt noch, äh, hört, ähm, dass dann da die Mache von Into the Spider-Verse, von dem Lego-Movie und hier die Abenteuer in Gravity Falls, also der Serie, die man auch übrigens auf Disney Plus, meine ich, gucken kann, äh, die ersten Mal schaffen, früher auf Netflix, vielleicht jetzt auch noch auf Netflix, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr recherchiert. Ähm, auf jeden Fall, wenn diese, wenn du diese drei Namen hörst und weißt, die Macher kommen da irgendwie zusammen, das kann eigentlich ja nur was Gutes werden und ich fand's einfach auch so wirklich herrlich erfrischend, äh, in jeder Minute, in der der Film läuft, da ist es einfach immer noch mehr Spaß und der Humor, der Stil, diese wirklich andere Art von Animationsfilmen, es ist einfach toll, also es ist einfach toll, einfach mal was anderes zu sehen als Disney-Pixar, Illumination, Dreamworks, die ja immer irgendwo das Gleiche einem da servieren, immer Schablone A draufsetzen und dann kommt da sowas daher und setzt sich da einfach mal richtig herrlich ab und überzeugt nicht minder, ist sogar aufgrund dieser Frische einfach komplett, ich würde, ja, besser, ich tue mich da ein bisschen schwer, aber doch, ich fand's besser als vieles andere, was ich von den, äh, genannten Filmen zuletzt gesehen habe, gut, ich klammer jetzt mal Pixar mit Soul ein bisschen aus, ist nochmal ein anderes Thema, ganz andere Art von Film, aber wie bereits gesagt, herrlich, spaßig, äh, dazu noch ganz, ganz viel Herz, äh, dass man beinahe teilweise manchmal zu Trägen gerührt ist, nichts, was man irgendwie nicht erahnen kann und trotzdem, es macht, es ist toll, also, toll geskriptete Charaktere, alle mit, alle, die man ins Herz schließen kann und, ja, wo man auch irgendwo, ich würde es mal sagen, auch, diese, sehr viel Gehaspel gerade, ähm, in den Charakteren erkennt man auch vielleicht so den einen oder anderen so aus dem eigenen Umfeld wieder, vielleicht man sich selber oder so in einer gewissen Eigenart, ähm, und das macht's noch sympathischer, da fühlt man sich noch mehr rein, also, absolut, ähm, ja, ans Herz gelegt, guckt ihn euch an, wenn ihr's noch nicht getan habt und ich hab bereits schon zweimal geschaut, ich kann wirklich nur wärmstens weiterempfehlen, schaut ihn euch an, es ist wirklich toll, der ist so herrlich abgedreht und gleichzeitig so, ja, toll, toll. Jetzt hast du, äh, bei deiner Lopreisung schon ein wenig meine wahnsinnig smarte Überleitung unwissentlich gespoilert, denn, Timo, ich wollte dich fragen, in welcher Figur von den Mitchell siehst du dich denn am ehesten? Kein Kommentar. Dann erzähl was zum Film. Ich bin der, bin der Roboter, dritte Reihe links. Äh, ich hab den ja als letzter aus unserer Runde gesehen und findet, aber, äh, also ihr hattet mich ja komplett hooked nach eurer ersten Lupulei in unserer WhatsApp-Gruppe und ja, ich hab den dann in einer Phase gesehen, wo eigentlich, äh, sehr viele andere Dinge zu erledigen waren, aber das musste dann einfach sein, weil der so, äh, so lustig ist und den Rest, den hat Krischi eigentlich schon, eigentlich hat er alles gesagt, dieses, dieses Herz, diese Charaktere, die er da hat, also, ne, da hätte sich der von mir schon erwähnte Voyager das echt nur eine Mühe von abschneiden müssen, dann hätte er ein bisschen Qualitätssteigerung erfahren. Ähm, die Charaktere sind richtig gut geschrieben, wie ich finde. Es hat alles so einen runden Erzählbogen, das heißt, die Charakter-Arcs sind alle vernünftig zu Ende erzählt. Deswegen, äh, cooler Score auch dazu, äh, ich bin ja der, der Score, äh, Fachmann, äh, im, äh, Film-Podcast-Gewerber. Ich mein mal das Gefühl, weil ich das immer wieder, äh, reinlabere, aber es ist wirklich so, ist eine coole Musik, ähm, ist gut animiert und, na klar gibt's das ein oder andere reale Vorbild, auch was den, einen gewissen Erfinder einer App beziehungsweise eines, äh, Tech-Unternehmens angeht, ähm, aber das ist halt nicht so, vielleicht so on the nose, wie das manchmal sein, äh, muss bei anderen, du hattest ja auch Disney schon angeschnitten, sondern es ist einfach etwas subtiler gemacht und das, finde ich, um einiges witziger als so die, die durchschnittlichen Pixar, ähm, Filme. Gleichzeitig hat er dann auch aber eher eine Leichtigkeit dabei. Er hat natürlich nicht die großen Themen, wie jetzt ein Soul oder wie ein Alles steht Kopf. Dafür hat er aber natürlich einfach eine wahnsinnig, ähm, er ist wahnsinnig smart. Ich finde das, das fasst so den Film für mich, also lustig und smart. Das sind so die zwei Adjektive, die mir einfallen. Aber findest du es smart, wenn ein, äh, kleiner Junge skizziert wird und die Figur so beschrieben wird, dass er auf Dinos steht und Mädchen komisch findet? Nein. Also, das ist für mich auch, sag mal so, das ist die Figur aus dieser Familie, die vielleicht, der am wenigsten Aufmerksamkeit geschenkt wurde, aber dennoch sind seine Momente, die er hat, einfach sehr, sehr lustig geschrieben und sehr, sehr, das meine ich dann mit smart, also man, man weiß, glaube ich, schon ganz genau, dass man da jetzt, was so eine drei- oder Vierdimensionalität des Charakters angeht, dass man da jetzt nicht so viel machen kann, aber das, was er halt tut, das, das ist halt geschickt gemacht und dementsprechend finde ich das sehr, sehr smart geschrieben. Ja, also im Grunde, äh, bin ich da, bin ich da ja bei euch. Wir haben da ja schon in unserer WhatsApp-Gruppe und in der Vorbereitung drüber gesprochen. Ich bin da ein bisschen weniger euphorisch, wobei ich den auch noch ein zweites Mal unbedingt sehen will, weil was ich dem auf jeden Fall gebe, sind seine unzähligen Anspielungen auf Popkultur, Internet, Filme und Co., ähm, die man auch beim ersten Mal, glaube ich, gar nicht alle entdecken kann. Deswegen wäre meine Idee, und das als kurzer, äh, ja, Spoiler ist es ja nicht, denn wir werden es nicht realisieren, ähm, eigentlich hatte ich geplant, dass wir als Quiz heute, ähm, zum Thema haben, ähm, alle Easter Eggs aus Mitchells, äh, gegen die Maschinen heraus zu kristallisieren. Äh, das habe ich mir dann aber geschenkt, äh, weil der Krischi davon schon Wind bekommen hat. Ähm, deswegen wird es heute ein anderes Quiz geben. Ja, und im Grunde bin ich dabei. Ich hatte da auch, äh, viel Spaß mit. Mir waren die Figuren, und darauf wollte ich gerade mit meiner bisschen kurzen Stichelei wegen des Sohnemanns hinaus, ein bisschen zu einfach und eindimensional. Und mir war das Ende zu drüber. Definitiv. Wobei ich das auch nicht so richtig einordnen kann, weil eigentlich, äh, bin ich da ja ein Fan von, wenn es am Ende nochmal ordentlich zur Sache geht. Äh, hier war es mir ein bisschen zu viel, aber im Grunde hatte ich da auch sehr viel Spaß mit. Genau. Und ja, wer, äh, da noch ein bisschen mehr lesen will, der kann sich ja, glaube ich, auch die Rezensionen bei Filmtoast nochmal angucken. Da, äh, steht da auch noch ein bisschen mehr zu. Und ja, ich denke, da sind wir uns einig, äh, den kann man schon machen und den sollte man machen. Also, Mitchells gegen die Maschinen gibt's aktuell bei Netflix zu sehen. Hashtag Pray for Florian. Oh ja. Ja, das war tatsächlich eine der witzigsten Szenen, die ich in Animationsfilmen der letzten Jahre gesehen hab. Ich wurde zwar schon leicht gespoilert, dass die kommt, aber die kommt so unverhofft und so einfach, Comedy-Timing kann der Film halt, ne? Also, wirklich, das ist, äh, sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, ihr habt den beide auf Deutsch gesehen? Ja. Also, ich ja. Zwei Mal. Ja, die erste Sichtung ist Deutsch und beim zweiten Mal wird er aber auf Englisch geguckt. Ah ja, genau. Das hab ich nämlich auch vor. Ich will dann auch nochmal auf Englisch gucken jetzt, wo, äh, es nicht mehr die Chance gibt, dass man irgendwas vom Inhalt nicht checkt wegen Sprachbarriere, auch wenn die nicht so hoch ist. Äh, aber das zweite Mal gebe ich mir auch auf jeden Fall auf Englisch, ja. Gut. Also, Mitchells gegen die Maschinen bei Netflix. Schauempfehlung von uns dreien. Ja, ob das nächste eine Schauempfehlung ist, äh, gucken wir mal. Äh, und zwar geht's auch um einen Netflix-Start, der noch nicht so lang her ist. Am 12.05. kam der neue Film von Alexandre Aja zu Netflix, der auf den Namen Oxygen hört. Und, ja, ähm, was soll ich sagen? Also, zunächst mal vorangestellt, ich bin ein großer Alexandre Aja-Fan. Ähm, ich find High Tension großartig, ich find das The Hills of Ice-Remake großartig. Und ich find aber auch, dass Alexandre Aja, er wird oft in diese Slasher- sehr blutig-Richtung bestellt, in die Ecke. Ähm, aber ich finde zu Unrecht, denn der hat auch ein paar andere Filme gemacht, ähm, unter anderem auch zwei Buchverfilmungen mit, ähm, Horns und, äh, das neunte Leben des Louis Drax, die so ein bisschen in andere Richtung gehen. Und in Oxygen geht er auch nochmal in eine komplett andere Richtung, denn das ist, ja, wenn man so will, ein Sci-Fi-Kammerspiel. Und zwar geht's da um eine am Anfang noch namenlose Frau, die in einer Kryokammer aufwacht und, äh, relativ schnell erfährt, dass es da irgendwo einen Zwischenfall gab und sie deswegen geweckt wurde und sie aber nur noch, ich glaube, am Anfang irgendwas um die 30 Prozent Sauerstoff hat. Und es gibt da diesen Sprachassistenten Milo, das ist quasi einziger Kontakt in dieser Kryokammer, weil sie kann da nicht raus, der ihr sagt, dass es gerade zu gefährlich sei, die Kammer aufzuschließen. Und ja, sie versucht da jetzt eben irgendwie rauszukommen und parallel auch zu ergründen, warum sie da drin ist und auch wer sie ist, denn sie hat, wie oft im Genre, dann keine Erinnerung mehr am Anfang und kann sich eigentlich so an gar nichts mehr erinnern und weiß gar nicht, was sie da in der Kryokammer verloren hat. Ja, und das versucht sie herauszufinden und parallel natürlich dem Erstickungstod zu entrinnen. Ja, darum geht's grob. Es ist, wie gesagt, ein Kammerspiel. Melanie Laurent in der Hauptrolle, die kennt man aus Inglourious Bastards als Shoshanna oder auch großartig als Mary aus Deni Villeneuve's Enemy. Ja, die spielt, wie gesagt, die Hauptrolle, diese namenlose Dame, die in der Kryokammer aufwacht. Und ja, also ich habe mich sehr, sehr gefreut auf den Film. Ich war sehr gehypt. Und wenn ich diesen Hype als Maßstab nehme, war ich doch ein bisschen enttäuscht. Ich habe ihn mittlerweile schon zweimal gesehen. Beim zweiten Mal hat er mir ein bisschen besser gefallen. Ich finde, der macht eigentlich nichts neu. Also wenn man sowas wie Buried mit Ryan Reynolds gesehen hat, dann weiß man schon grob, um welche Themen es da geht, worauf es vielleicht auch hinausläuft, wobei Oxygen schon so ein paar Überraschungen in petto hat. Aber ich finde, das Drehbuch hat teilweise wirklich, wirklich eklatante Schwächen, die mich auch beim zweiten Mal rausgebracht haben. Also wenn es da ein paar Ungereimtheiten im Drehbuch nicht geben würde, würde der Film gar nicht mehr so stattfinden, wie er stattfindet. Und das bringt mich dann doch ein bisschen raus. Ja, aber ich habe kurze Fremdwerbung gestern schon sehr viel zu dem Film erzählt bei den lieben Kollegen vom Ruhe im Saal Podcast. Da ging es nämlich um Oxygen und so ein bisschen um das Schaffen von Alexandre Aja. Da bei den Kollegen könnt ihr gerne auch reinhören. Deswegen gebe ich jetzt hier mal an den Timo ab, dass er ein bisschen was erzählt, wie er den Film so fand. Ja, mir geht es in Teilen ähnlich wie dir. Es ist schwierig, diesen Film auch zu bewerten und zu empfehlen oder zu empfehlen, ohne ihn in irgendeiner Form jetzt großartig zu spoilern. Es gibt sicherlich zwei Dinge, bei denen man aussteigen kann aus dem Film. Und bei der einen Sache davon bin ich auch ausgestiegen. Mich hat er dann wirklich nicht mehr so wahnsinnig großartig interessiert. Ich fand auch viele Andeutungen schwierig. Also es gibt so ein bisschen eine Andeutung einer Bedrohung, wie du ja schon gesagt hattest. Und wir sehen dann in solchen, ja, ob es Rückblenden oder Erinnerungen sind, weiß man nicht so ganz genau. Sieht man wohl, dass es auch wieder um ein Virus geht. Und da ist natürlich der aktuelle Bezug sofort hergestellt. Das hat man manchmal schon das Gefühl, dass es so ein bisschen mit dem Holzhammer zurechtgezimmert wurde. Visuell, gerade die Kryokammer-Szenen sind wirklich richtig eindringlich gemacht. Aber von Anfang an hat man so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwas hier nicht stimmt. Und ja, wenn man dann dieses Gefühl aufgelöst bekommt, ist man doch eigentlich zumindest ein bisschen ernüchtert. Und ich gebe dem Film auf jeden Fall vom Visuellen her, der hat seinen gewissen Reiz. Der macht auch diese, gerade auch diese Technik, die in dieser Kryokammer steckt. Da ist halt schon auch so ein bisschen, finde ich, diese Horror-Schule oder das Horror-Element, was Aja da auch mit Sicherheit entweder reingebracht hat oder was er einfach gut inszenieren kann. Das nimmt man dann schon wahr. Gleichwohl, dass auch von den jetzt irgendwelchen Gewaltspitzen oder von irgendwelchen visuellen Reizen. Da gibt es sicherlich auch einen Moment, wo man ein bisschen schlucken muss. Aber ansonsten ist das ein relativ seichter. Ich glaube, er hat sogar eine, gut, Netflix und FSK sowieso immer so ein eigenes Thema. Aber ich glaube, er ist sogar mit einer Empfehlung ab zwölf dort eingeblendet. Ja, also kann man sich mal angucken. Sollte man aber auch jetzt, wie du sagtest, deine hohen Erwartungen haben dich vielleicht ein bisschen enttäuscht. Ich hatte nicht so hohe Erwartungen. Ich hatte auch wenig von dem Film vorher mitbekommen. So bin ich unbefangen rein. Und ja, am Ende, finde ich, zieht sich es auch ein bisschen. Aber den kann man sich mal angucken. Ist sicherlich, und das ist jetzt wieder mein subjektiver Eindruck, ist einer der etwas besseren Netflix-Filme. Ich weiß gar nicht, ob das ist, glaube ich, eine französische Netflix-Produktion, wenn ich es richtig im Vorspann interpretiert habe und nichts eingekauft ist, sondern wirklich mal was, was auch von ihnen selber stammt. Ja, wie gesagt, manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so schwer, eine der besseren Netflix-Filmproduktionen zu sein, zumindest aus dem eigenen Hause, mit der vollen kreativen Freiheit. Aber man sollte dann einfach auch nicht zu viel erwarten. Ja, genau. Also das Drehbuch lag da schon sehr, sehr lang im Giftschrank. Das wurde geschrieben von Christy Leblanc. Und ja, dem hat sich dann eben Arscher angenommen und hat das dann für Netflix verfilmt. Also ich will da gar nicht zu negativ klingen. Den kann man schon machen, gerade im Vergleich zu anderen Netflix-Produktionen, die dann doch schon deutlich mehr von der Stange sind. Hat man da schon Spaß. Also Krischi, ich hoffe, wir haben dir den jetzt nicht madig geredet. Nö, alles gut. Also wird wahrscheinlich sowieso in meiner Liste. Also ist drin, aber bis ich mit manchen Filmen hier gucke, das dauert ja auch dank gewisser Umstände derzeit sowieso bei mir länger. Das ist, ja, das ist wahr. Gut, also Oxygen bei Netflix zu sehen seit dem 12.05. Jetzt kommen wir zu einem Film, den bisher nur der Timo von uns gesehen hat. Und das hat einen Grund, denn der Timo durfte bei den Kollegen vom Tele-Stammtisch drüber sprechen. Und der kommt auch erst am 21.05. zu Netflix. Hat aber im Vorhinein für Netflix-Verhältnisse schon einen gewissen Hype erfahren, würde ich sagen. Was nicht zuletzt am Mann auf dem Regiestuhl liegt, würde ich behaupten. Erzähl uns doch mal was zu Army of the Dead. Ja, Netflix produziert es ja schon. Netflix profitiert definitiv auch vom Timing, dass sie ein bisschen im Fahrwasser des Snyder-Cuts ihn rausbringen am 21. Mai. Zack Snyder kehrt gleichzeitig so ein bisschen zurück zu seinen Spielfilm-Wurzeln, der ja mit dem Dawn of the Dead-Remake 2003, glaube ich, seine Hollywood-Premiere feierte. Ich will auch gar nicht so viel reden, weil man auch noch nicht so viel verraten soll. Ich würde dann, wenn er Freitag auch wirklich released wird, würde ich nochmal, müsste man quasi nochmal mich reinschneiden und dann würde ich mehr erzählen. Man bekommt aber definitiv, das ist so mein Eindruck, den ich doch schon mitteilen möchte, weil ja auch die Folge auch, glaube ich, Freitag ausgestrahlt wird, kann ich das ja auch machen. Man bekommt all das, was man an Zack Snyder mag. Und damit ist auch schon gesagt, für wen der Film vielleicht eher nichts ist. Wenn man mit Zack Snyder-Filmen so gar nichts anfangen kann, dann wird man auch mit Army of the Dead nichts anfangen können. Die Besetzung ist so eine klassische Netflix-Produktionsbesetzung. Man hat da nämlich ziemlich bekannte Gesichter und sehr internationale, sehr internationalen Cast. Es gibt da noch eine, ja, ein bisschen Bass kreiert durch eine Casting-Neubesetzung, ähnlich wie bei All the Money in the World, dass man also im Nachgang noch neue Szenen mit einer völlig neuen Schauspielerin auch gedreht hat, die einen Schauspieler ersetzt. Und ich musste aber ehrlicherweise sagen, dass ich das erst in der Recherche nach der Sichtung, dass ich da das erst entdeckt habe. Denn das war mir im Film gar nicht so aufgefallen. Also ich habe das bei der Recherche gelesen, dass das auch sehr auffällig sei, aber dem ist nicht so. Und natürlich für uns Deutsche so das Aufwächste ist das Casting von Matthias Schweighöfer. Und auch da möchte ich nur sagen, ich habe da sehr viel Negatives im Vorfeld von den Leuten gehört, so dein Motto, den bloß nicht. Und das ist ja sowieso so scheiße. Und da soll man einfach mal ein bisschen mit offenem Geist und ein bisschen Toleranz reingehen. Es lohnt sich definitiv. Ich bin von dem Film mehr als angetan und würde ihn auch wirklich empfehlen, ihn zügig zu schauen. Er hat natürlich wieder, auch das Zack Snyder übliche, er hat seine Längen mit knapp zweieinhalb Stunden. Das ist dann halt, wenn man die volle kreative Kontrolle an Sex Snyder gibt, da geht es unter zweieinhalb Stunden wahrscheinlich gar nicht aus dem Haus. Aber er findet sicher auch das Rad des Zombie-Films nicht neu. Aber er überrascht, oder hat mich an zwei oder in zwei entscheidenden Elementen überrascht. Nämlich die doch manchmal angedeutete Leichtigkeit, also diese Meta-Ebene, die zieht der Film gar nicht so rein. Das fand ich mal wieder angenehm im Zombie-Genre. Stichwort Zombieland etc. Shaun of the Dead. Und gleichzeitig hat man, also es war zumindest das Gefühl, was ich danach hatte, was wäre eigentlich gewesen, wenn Zack Snyder Suicide Squad im ersten Durchgang inszeniert oder hätte inszenieren dürfen mit einem R-Rating. Was hätte da möglich sein können? Das ist so der Gedanke, der mir nach diesem Film blieb. Nicht nur was die Besetzung angeht, sondern auch was die Stilistik angeht. Und das ist schon, ja, finde ich auf jeden Fall mal eine Sichtung wert. Und er ist ja eh im Netflix-Abo drin. Und eine Sache, letzter Satz, Intro kann Zack Snyder. Mehr sage ich nicht mehr. Ja, ich bin sehr gespannt. Krischi, geht es dir da ähnlich oder hype dich das nicht so sehr? Ich war anfänglich wenig gehypt. Ich bin ein bisschen, ich würde jetzt auch sagen, ich bin jetzt noch nicht gehypt, aber ich bin interessiert grundsätzlich, da ich mir den Kollegen Schneider, den Zack Schneider, den gucke ich mir in der Regel eigentlich immer an. Und ja, Dawn of the Dead war vielleicht noch einer der wenigen Zombie-Filme, die ich mir zur damaligen Zeit wirklich gerne sogar angeguckt habe. Von daher, dem Faktor hat er mich schon mal einmal abgeholt. Da bin ich auch, denke ich auch, das schafft er auch ein zweites Mal. Und ansonsten gehe ich da relativ, ja, hype los, mit gedämpften Wartungen da ran, weil im Zweifel, Zweifel sage ich dann, ist okay. Dann habe ich auch nicht die Zeit verschwindet. Und wenn er mir mehr als okay gefällt, dann ist es super. Im jeden Fall werde ich da nicht enttäuscht sein. Aber ich bin gespannt auf Freitag und werde mir vermutlich, wenn sich der Knirps rechtzeitig in die Falle begibt, dann auch direkt schauen wollen. Ja, es geht mir ähnlich. Ich habe ja in einer der letzten Folgen behauptet, dass ich ob des Trailers noch nicht so angetan bin und so gehypt war. Das hat sich jetzt, als die ersten Stimmen rauskamen, gerade auch die ersten internationalen Stimmen gibt es ja schon zu lesen. Hat sich das ein bisschen geändert. Und ich meine, man muss ja auch sagen, dass wir im Grunde heute in unserer Folge die beiden Regisseure jetzt dabei hatten, die mit die besten Horror-Remakes ever gemacht haben. Mit Aja's Hills Have Eyes und mit Snyder's Dawn of the Dead. Deswegen, ja, der Hype schürt sich langsam und ich bin sehr gespannt auf Freitag. Ja, falls ihr das auch seid, ab dem Freitag, dem 21.05. könnt ihr dann Army of the Dead bei Netflix bestaunen. Gut, zum Abschluss der Filme, bevor wir zu den Serien überleiten, habe ich noch mal wieder zwei Tipps aus dem internationalen Streaming dabei, die man noch nicht in Deutschland gucken kann, die man aber aus meiner Sicht sich auf jeden Fall auf die Uhr nehmen sollte. Vor allem den zweiten, denn das ist für mich bisher, ich würde soweit gehen, der beste Film des Jahres. Und ich glaube, da kommt auch nicht mehr viel ran. Aber starten möchte ich mit Honeydew. Das ist ein Regiedebüt von Devereaux Milburn. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Da geht es um mein Pärchen, Sam und Riley, heißen die beiden. Sam gespielt von Sawyer Spielberg. Das ist der Sohn von Steven Spielberg, den kennt man vielleicht. Und Riley gespielt von Malin Barr. Und die beiden gehen campen. So ein bisschen Eden Lake-Vibes, falls ihr den gesehen habt, kommen da auf. Die müssen aber schon recht bald ihr Zelt abbrechen, weil da ein älterer Herr mit seinem Trecker angefahren kommt und behauptet, das sei sein Land und sie dürfen dann nicht übernachten. Sie sollen doch in den Nachbarort in ein kleines Hotel fahren. Das wollen sie dann auch tun, aber wie es oft in Horrorfilmen so ist, das Auto gibt den Geist auf. Und sie suchen Unterschlupf bei einer älteren Frau und wollen da dann den Pannendienst rufen. Und die Frau sagt, nein, nein, das müsst ihr nicht. Ich habe einen Freund, der kommt in einer halben Stunde vorbei und schleppt euch ab. Der Freund kommt natürlich nicht und die müssen eben die Nacht bei dieser Frau verbringen. Und ja, das ist so das Setup des Films. Klingt ein bisschen standardmäßig und schon sehr oft gesehen. Und so beginnt der Film eigentlich auch, außer dass es inszenatorisch so ein paar Kniffe gibt, so ein paar nette Kameraeinstellungen, ein paar Spielereien gibt es da. Aber besonders so in dem zweiten und letzten Drittel wird es dann doch sehr creepy, auch eben für Genreverhältnisse sehr creepy. Und auch im letzten Drittel, als sich so langsam offenbart, was die Frau denn da im Schilde führt, wird es auch hart und auch ein bisschen eklig, muss ich sagen. Also da kann ich eine leichte Empfehlung aussprechen. Ist mit Sicherheit nicht der klügste, innovativste Genrefilm aller Zeiten. Aber macht Spaß. Ist im Grunde more of the same, aber ich würde sagen auf einem ganz guten Niveau. Also falls euch Honeydew irgendwo begegnet in der nächsten Zeit, den kann man schon machen als Genrefan. Und gerade von mir schon sehr vollmundig angekündigt, einer der besten Filme des Jahres, aber ja, da gehe ich gerne in die Diskussion mit Leuten, die das anders sehen, ist Beyond the Infinite Two Minutes. Den habe ich im Rahmen des Biff Festivals gesehen und, und das sei schon mal gesagt, den kann man jetzt auch sehr bald schon in Deutschland sehen. Denn vom 1. bis zum 6.6., also jetzt in knapp zwei Wochen, findet das 21. japanische Filmfest statt, was genau wie im letzten Jahr eben wegen der Corona-Pandemie online stattfindet. Und da kann man eben für, ich glaube, sechs Euro pro Film, ich glaube, es sind über 60 Filme schauen. Unter anderem der zweitneueste Film von Sion Sono, dann der neue Film des One Cut of the Dead Regisseurs ist dabei. Also da kann man, kann man sich mal anschauen, was da alles im Programm ist. Und da ist eben auch unter anderem dieser Beyond the Infinite Two Minutes im Programm. Und ja, der dauert 70 Minuten, hat im Kern eine Zeitreise-Thematik und ist wie One Cut of the Dead, ein Film, über den man, der am besten funktioniert, wenn man nichts darüber weiß. Denn der hatte quasi kein Budget, der Film, das sieht man ihm aber nicht unbedingt an. Ist komplett in einem Schnitt gedreht, also ohne Schnitte gedreht und von einer japanischen Theatergruppe ins Leben gerufen. Die heißen Europe Kikaku. Auch da hoffe ich, ich habe es richtig ausgesprochen. Und die haben den Film quasi komplett in Alleinregie auf die Beine gestellt. Und das glaubt man nicht, wenn man die 70 Minuten gesehen hat. Denn das ist wirklich seit One Cut of the Dead das intelligenteste, was ich aus dem Genre gesehen habe. Und ist einfach Weltklasse. Also natürlich, Zeitreisefilme haben immer von Haus aus mit gewissen Logik-Schwierigkeiten zu kämpfen. Das ist ja auch so. Aber das Skript schafft es, dass das einem spätestens nach zehn Minuten komplett egal ist, weil man ist investiert in den Film, wie es schon lange nicht mehr war. Und da kann ich nur empfehlen, auch bis zum Abspann sitzen zu bleiben. Denn im Abspann gibt es so ein bisschen Behind-the-Scenes-Footage, wo man sieht, wie das gedreht wurde, mit welchem Aufwand das gedreht wurde. Und wenn man dann noch sieht, dass der komplette Film mit Handykamera gedreht wurde, ist das komplett verrückt. Also ganz klar für mich der bisher beste Film des Jahres. Ich denke, er wird es bleiben. Mal gucken, was noch kommt. Aber absolute Empfehlung von mir. Klingt spannend. Ja, also spannend ist er. Definitiv. Wie gesagt, ich kann es empfehlen. Japan Filmfest 1. bis 6. Juni. Da kann man sich den mal zu Gemüte führen. Gut. Nun aber genug der Lobpreisung von Beyond the Infinite Two Minutes und auch genug unseres Filmsegments. Schwenken wir doch rüber zu den Serien, oder was meint ihr? Lasset uns schwenken. Dann schwenken wir. Das Seriensegment ist heute auch ein Stückchen kürzer. Also wir haben uns heute ein bisschen auf Filme beschränkt. Aber starten wollen wir mit einer Serie, die aktuell bei TNT-Serie zu sehen ist. Also unter anderem über Sky bei uns abrufbar. Und zwar geht es da um Para. Wir sind King. Die Serie läuft aktuell noch bei TNT-Serie, wird wöchentlich eine Folge veröffentlicht, jeden Donnerstag. Und die sind aktuell bei der vierten Folge. Und ihr werdet es vielleicht wissen, liebe HörerInnen, wir hatten vor kurzem Özgür Yildirim, den Regisseur von Para. Wir sind King, zu Gast in einer kleinen Spezialepisode des Streamcatchers. Und da hat er uns schon erklärt, worum es denn in Para. Wir sind King geht. Und ich glaube, das kann keiner besser erklären als er. Und deswegen hören wir doch mal, was Özgür zu seiner eigenen Serie sagt. Ja, ein Para. Und ich glaube, ich kann es gar nicht so sehr mit dem Inhalt, sondern eher mit dem, was Para am Ende des Tages ist und nicht in der Theorie vermutet wird, was Para sein könnte. Zunächst erstmal zum Inhalt. Es geht einfach um vier jungen Frauen in Wedding, die nach einer Zeit, in der sie getrennt voneinander waren, aufgrund einer Situation, die im Vorfeld schon erzählt wird. Eine von denen verletzt versehentlich einen Spätibesitzer. Und zwar schwer, sodass sie dann deshalb in eine Einrichtung gekommen ist. Und die Serie beginnt eigentlich dann direkt nach dieser Zeit. Sprich, wenn die eine von denen, das ist die Hajra, zurück nach Berlin kommen, zu ihren Freundinnen Jazz, Rassak und Fanta. Und nach einer Partynacht haben sie einen Fund. Es geht um einen Beutel Kokain, den sie dann finden bei ihrem Dealer und sich dafür entscheiden, diesen Beutel mitzunehmen. Beziehungsweise Hajra sich dafür entscheidet, diesen Beutel mitzunehmen und dann die anderen davon überzeugt, um ein Stück von dem Luxus zu haben, den sie so nie haben konnten. Um einfach mal zu schmecken, was Luxus heißen kann. Auch wenn es nur vorübergehend ist. Und auch wenn es im kleineren Rahmen ist, als wenn, als wie die Hamadis es vielleicht in vier Blocks gehabt haben, gehen sie diesen Weg am Ende des Tages und entscheiden sich, das zu tun. Und damit beginnt eigentlich dann der richtige inhaltliche Plot. Ganz genau. Damit beginnt der eigentlich inhaltliche Plot. Auf den wollen wir hier natürlich nicht zu sehr eingehen. Also da nochmal Empfehlungen. Hört gerne in das Streamcatcher-Spezial mit Özgür rein. Da erzählt er einiges auch über die Dreharbeiten, was ich sehr interessant fand. Denn die kompletten Dreharbeiten fanden schon innerhalb der Corona-Pandemie statt, was ein paar Herausforderungen mit sich brachte. Und er hat es da in der Ausgabe auch schon gesagt, viele kennen Özgür Yildirim vielleicht von vier Blocks. Da war er ja hauptverantwortlich für die zweite und für die dritte Staffel. Oder von Chico oder Nur Gott kann mich richten und ähnlichen Straßenfilmen, Milieustudien, wie man es nennen möchte. Und bei Para war es eben, ihm ganz bewusst, dass er kein vier Blocks zwei inszenieren möchte. Oder kein vier Blocks, wo der einzige Unterschied ist, dass es weibliche Hauptdarsteller sind. Sondern eben was komplett anderes erzählt. Und das finde ich, funktioniert großartig. Wie gesagt, bisher habe ich vier Folgen gesehen. Denn das Centerpiece von der Serie ist eben diese Freundschaft von den Vieren. Und das trägt eben die ganze Serie. Und das ist, soweit ich das beurteilen kann, authentisch auch dargestellt. Und es ist spannend. Und wenn der Plot dann in die Gänge kommt, was so langsam eben mit der dritten Folge passiert, sind auch übersichtliche Lauflänge. Also knapp halbe Stunde, 40 Minuten geht jede Folge. Dann wird es auch richtig spannend. Also ich kann es wirklich bedenkenlos empfehlen. Gerade natürlich für diejenigen, die generell Özgür Yildirim-Fans sind. Die bekommen da nicht unbedingt more of the same, aber auf jeden Fall eine gute Serie spendiert. Krischi, du hast glaube ich bisher eine Folge gesehen, oder? Ist korrekt. Hat mich aber gut gehuckt. Also gerade diesen Vorfall, den er da erwähnt, der praktisch dann so der erste Katalysator ist. Das hat mich komplett mitgerissen. Das, wie du schon sagtest, dieses Authentische. Also die Mädels, die sind, die sind einfach sowas von richtig, richtig authentisch, echt. Also das fühlt sich gut an. Und wenn die da schimpfen wie wild, fühlt es sich nicht an wie dieses, man wirft ja gerne in Deutschland vor, so von dieses Theaterschauspieler. Das wirkt halt wirklich, als wenn da, als wenn es gar keine Schauspieler wären, als wenn da einer jetzt gerade mit der Kamera einfach nur filmt und eine Doku wäre. Und diese Freundschaft, die sich da so schon zeigt, ankündigt und so, macht Bock auf mehr. Also ich kann auch bis jetzt, meine eine Folge, die würde man da empfehlen. Aber ich kann sagen, reiner Folge war ich oder bin ich hooked genug, dass ich sage, ich möchte noch weiter gucken. Ich möchte wissen, wie geht es denn weiter? Was hat man sich da einfallen lassen? Ja, also ja, auf jeden Fall dranbleiben. Ich kann es bedenkenlos empfehlen. Gerade ein Charakter, der hat es mir da sehr angetan. Das ist Kalle. Der ist da quasi der Haus-und-Hof-Dealer mit richtiger Berliner Schnauze, der in so einem schnellen Staccato die Gags raushaut, dass ich teilweise wirklich zurückgespult habe, weil ich nicht alles mitgekriegt habe. Das ist Weltklasse. Also macht großen Spaß. Para, wir sind King. Aktuell wöchentlich bei TNT-Serie und das kriegt man eben bei uns unter anderem per Sky. Das klingt auf jeden Fall interessant. Da werden wir mal reinschauen. Ja, das kommt dem Kalle schon recht nah. Ja, okay. Knorke. Kicken wir, oah? Kicken wir wie Martin Simmelrocke. Ja, ein bisschen in die Richtung geht es aber auch. Gut, dann springen wir rüber Richtung Prime. Da hat der Krischi noch eine Serie im Gepäck und zwar Invincible. Aha, genau. Und von der war ich mehr als positiv überrascht. Ich hatte Invincible nur so halbgar mal mitbekommen beim Gratis-Comic-Tag, der irgendwie ja doch noch letztes Jahr stattgefunden hat. Da gab es eben auch Invincible als einen dieser Gratis-Comics. Und nun ist er halt bei Prime seit schon einigen Monaten. Da wurde, oder seit einigen Monaten, einigen Wochen, dann trifft es er. Und da wurde auch wöchentlich die Folgen ausgestrahlt. Die sind jetzt komplett seit, glaube ich, vor zwei Wochen, den Freitag. Und ich muss sagen, es ist echt top. Es geht um einen jungen Mann, 17 Jahre alt. Der heißt Mark Grayson und der bekommt endlich Superkräfte in einer Welt voller Schurken und anderer Helden. Und im Prinzip ist das halt natürlich der Inhalt. Es gibt Ereignisse, die dann stattfinden, schon in der ersten Folge. Und aufgrund dessen sich der Haupt, so der kleine rote Faden im Hintergrund spinnt. Im Vordergrund ist aber erstmal er, der seine Kräfte kennenlernt. Und dabei von seinem Vater unterstützt wird, der ebenfalls Superkräfte hat. Und insgesamt ist es halt ein sehr cooler Zeichenstil. Zeichenstil, also das Zeichentrick, muss man erstmal dazu sagen, habe ich jetzt, aber Animation. Ich leige immer noch Zeichentrick zu sagen. Der Zeichenstil ist sehr angenehm. Ist überraschend brutal, muss ich dazu sagen. Ich hatte vorher nicht geguckt, wie da die FSK, oder beziehungsweise ist ja nicht die FSK in dem Fall, aber wie da letzten Endes die Altersempfehlung ist. Und war sehr überrascht, wirklich, wie brutal dann so manches war, dass man, ja, es war schon, dass man, dass ich direkt an The Boys denken musste, die ja auch auf Prime laufen, bei denen ich auch nach fünf Minuten einfach nur gedacht habe, what the fuck, was war das denn jetzt gerade? Also, da ist mir die Kinnlade regelrecht runtergefallen bei ein, zwei Situationen, wo ich nicht mit gerechnet habe. Aber es macht mehr Sinn, wenn man einfach sich bewusst macht, wer letzten Endes die an der Comicvorlage beteiligt ist, wer letzten Endes an der Serie beteiligt ist. Und das ist der Name Robert Kirkman, den man aus The Walking Dead auch kennen könnte, sollte. Und dementsprechend darf man, muss man jetzt keine Zombies erwarten, aber ungefähr den gleichen Härtegrad kann man erwarten. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war weniger überraschend, der Handlungsverlauf, wie ich zunächst vermutet hatte. Aber es macht Lust auf mehr. Und soweit ich das richtig im Kopf habe, sind auch schon Staffel 2 und 3 bestätigt. Und ich kann es sehr empfehlen, wer sich die erste Folge anguckt und sagt, das ist schon mal nicht meins, der kann das, glaube ich, auch direkt beenden, weil das macht dann keinen Sinn. Wer aber sagt, ich habe doch schon Interesse, sollte sich auf jeden Fall mal Folge 2 und 3 angucken und wird spätestens da, denke ich, sagen können, hey oder nee. Und das Ding dann entweder durchziehen oder hier abbrechen an der Stelle. Für mich ganz klar top. Ich habe Bock auf mehr. Ich freue mich schon auf die künftigen Staffeln. Sehr schön. Ja, hat mir auf jeden Fall Lust gemacht. Das steht relativ weit oben auf meiner Liste. Gerade auch, weil ich The Boys großartig fand und da schon nach mehr dürste. Und auch wenn Invincible scheinbar in ein bisschen eine andere Richtung geht, aber wenn das so von der Tonalität hinkommt, ist es, glaube ich, mindestens eine gute Überbrückung, bis The Boys weitergeht. Könnte sein. Könnte sein. Gut, ja, du bleibst am Ball, du springst aber rüber zu Netflix und erzählst uns ein paar Geschichten aus Arcadia. Ist das richtig? That's correct. Und ja, dieser Part, der wartet schon ein Gefühl, glaube ich, seit Januar darauf, mal erzählt zu werden. Darfst mich aber gern korrigieren. Ich habe es diverse Mal verschoben, weil ich eigentlich nur auf eine Ankündigung gewartet habe, die ein gewisser Guillermo del Toro vor wenigen Wochen getroffen hat. Das endlich am, jetzt möchte ich mich nicht vertun, ich habe es mir aber, glaube ich, anscheinend nicht notiert. Ich meine, es war im Juli erst, kommt der Film Trollhunters. Und es geht auch hier erstmal grundsätzlich um die Serie Trollhunters, beziehungsweise um allgemein Geschichten aus Arcadia. Und da geht es in Trollhunters um den Schüler Jim Lake, der eines Tages unter einer Brücke in einem ausgetrockneten Kanal, wie man den schon mal so in diversen amerikanischen Filmserien, wie auch immer, gesehen hat. Ich denke da immer gern an Terminator 2 als erstes, aber das ist jetzt nicht Thema. Auf jeden Fall, dort hat er unter einem Steinhaufen, entdeckt er ein Amulett und ist durch dieses auserwählt, der nächste Trolljäger zu sein. Und dessen Aufgabe ist es, die Trolle, einer unter der Stadt lebenden Bevölkerung von anderen mystischen Wesen, beziehungsweise anderen Trollen, boshaften Trollen, zu beschützen. Und es ist wirklich überraschend, wie gut das mich gecatcht hat. Die Serie wurde auch entwickelt von Guillermo del Toro, der das Intro, die Musik ist zum Teil von Alexandre Desplat. Mein französischer Stern nicht so googelt, der ja auch unter anderem an Shape of Water mitbeteiligt war und dort auch für den Oscar bekommen hat. Es läuft halt alles unter den Sternenbanner Geschichten aus Arcadia. Zu Trollhunters gehört auch noch die Serie 3 von oben und die Zauberer. Deswegen sage ich es auch jetzt schon, weil wenn man diesen Film gucken möchte, bin ich mir ziemlich sicher, wäre es mehr sinnvoll, sich diese Serien vorab angeschaut zu haben. Und auch wirklich in dieser Reihenfolge Trollhunters, 3 von oben und die Zauberer, denn die bauen aufeinander auf. Was man in Trollhunters teilweise schon angeteasert bekommen, sind dann halt Figuren aus 3 von oben. Wiederum welche aus Trollhunters sind auch noch weiter in 3 von oben. Es sind halt alle am selben Ort in Arcadia und auch die Zauberer folgt diesem ganzen, nenne ich jetzt mal Tenor. Und ja, mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Wer Guillermo del Toro mag, der kann sich vorstellen, dass da auch, der Mann ist halt der Meister der Creature Movies und du bekommst hier eine ganze Palette an vielen tollen Kreaturen, natürlich gezeichnet, animiert. Aber ich fand das echt klasse, es hat mir Spaß gemacht, das in sämtlicher Form einfach diese ganze Welt zu entdecken. Im Serienformat gelingt das auch wirklich gut, ich hatte einigen Spaß. Bei den Nachfolgeserien hat es zumindest bei 3 von oben ein bisschen gedauert, bis es richtig bei mir angekommen ist. Es ist auch keine richtige Staffel, es ist irgendwie in Teile. Trollhunters hat 3 Teile, 3 von oben hat 2 Teile, die Zauberer hat nur einen Teil, zumindest bis jetzt. Ich glaube aber nicht, dass da noch was jetzt nachkommt, dass das wahrscheinlich jetzt eher direkt im Film münzen wird. Und die Folgen gehen immer so um die 20 Minuten, das heißt, man kann das relativ gut und knackig hintereinander wegbingen oder mal zwischendurch sich eine Folge angucken, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich bin gespannt, was da für ein Film rauskommt. Am Ende des Tages hat man 52 Folgen, halt mit den grob 20 Minuten. Und ich denke, deswegen möchte ich es auch ankündigen, weil bis zum Juli hat man dann jetzt genügend Zeit, sich das alles anzugucken. Sehr gut, ja. Ja, du hast es ja gerade gesagt, das steht schon lange bei uns auf der Liste. Und ja, ich habe jetzt einfach nur das Statement abgewartet und ja, eigentlich muss ich es gucken. Mich schreckt es natürlich ein bisschen ab, wie das immer so bei längeren Serien ist, die schon ein bisschen existieren. Denn wenn du sagst, 52 Folgen je eine halbe Stunde, ist das ja schon ein bisschen Fleisch, was man da vor sich hat. 20 Minuten. Die 10 Minuten darfst du dir schenken. Okay. Ja gut, das ist ja immerhin ein Drittel weniger, wenn mich meine Mathekenntnisse nicht ganz im Stich lassen. Ja, nee, aber ich werde da reingucken. Ich weiß nicht. Timo, ist das was für dich? Äh, mir geht es ja genau wie dir, was so Serienlängen angeht. Und man dann aber, wenn kurze Laufzeit ist dann eher was, was mich dann dazu verleitet, das so mal zu gucken und dann auch wieder liegen zu lassen. Ich bin jetzt nicht der weltgrößte Guillermo del Toro Fan. Ich finde die Filme alle sehr ähnlich, gerade was das Design angeht. Aber man kann auch über Guillermo del Toro sicherlich nicht bashen, weil es immer qualitativ gut gemacht ist. Dementsprechend schaue ich mal rein. Sehr schön. Und um es nochmal als kleinen Servicegedanken anzubringen, der Film feiert seine Netflix Premiere am 21. Juli. Also noch genau zwei Monate hat man dann Zeit. Und die drei Serien, über die der Krischi gerade geredet hat, die könnt ihr euch bis dahin anschauen. Sehr schön. Dann hätten wir noch, ja, zwei Recaps in petto, die jeweils auch mehrere von uns gesehen haben. Und ihr beiden, lieber Krischi, lieber Timo, ihr fangt an mit Falcon Winter Soldier bei Disney Plus. Denn das Ganze ist ja jetzt zu einem Ende gekommen und ihr möchtet drüber reden. Ja, wer möchte denn darüber reden? Wer möchte anfangen? Timo, willst du was erzählen? Ja, ich kann ja kurz, weil ich mich wirklich auch kurz fassen möchte. Ich habe das ja schon in der Flimmerkiste mit Marco, dem Podcast, in dem ich Dauergast bin, habe ich das gerecapt, also Folge für Folge. Und ich bin am Ende des Tages doch ein bisschen, ja, enttäuscht und ernüchtert aus dieser Serie gegangen, weil es für mich eigentlich gar nichts erzählt hat, was mich jetzt wahnsinnig gebannt vor dem Fernsehschirm hat sitzen lassen. Es ist gleichzeitig ein ganz, ganz langer Umweg, um etwas völlig Offensichtliches nochmal etwas zu verpacken. Wir spoilern vielleicht, ich weiß nicht, sollen wir spoilern? Es ist kein Spoiler. Wer Avengers Endgame nicht gesehen hat, der wird uns nachsehen, dass wir ja nun eigentlich wissen, dass Sam der neue Captain werden soll. Und warum diese Serie mir nochmal in der ersten Folge jetzt klar macht, dass das für ihn doch nicht das richtig ist, um dann eine Art von Entwicklung in dieser Figur mir zu verkaufen. Ich habe das nicht gekauft und ich fand es teilweise wirklich richtig, richtig lazy geschrieben. So was so, diverse zu weltliche Konflikte und mögliche Gefahren kann man nicht sagen, aber mögliche Probleme, was so zum Beispiel finanzielle Sorgen der Schwester von Sam angeht. Das habe ich einfach überhaupt nicht gekauft. Also mir dann irgendwie in so einer Szene bei einer Bank zu erklären, dass der jetzt keinen Kredit kriegt. Alter, der ist ja ein Avenger. Also der kommt da natürlich nicht mit seiner Steuererklärung oder einer Gehaltsmitteilung mit. Und das fand ich einfach wirklich, sorry, das war für mich dann einfach nicht gut erzählt. Und es sind sechs Folgen, jeweils 40 Minuten ungefähr, werden auch nicht wesentlich länger am Ende. Und es gibt einfach so viel Offensichtliches. Wer nochmal Simo sehen möchte, wer nochmal, ich habe ja auch Felge in The Winter Soldier immer gesagt, weil ich finde, die von Wyatt Russell verkörperte neue Version vom Käpt'n, der hat so ein markantes Kinn. Deswegen bin ich dann dazu übergangen, immer Felge in The Winter Soldier zu sagen, hat sich getragen. Und ansonsten ist es, es ist finde ich nicht genug Body-Komödie oder Body-Action, weil es dafür nicht lustig genug ist. Es ist einigermaßen, es gibt schon mal spektakuläre Fights, aber im Endeffekt hat es mich, der jetzt nicht der weltgrößte Marvel-Hater, aber auch nicht der weltgrößte Marvel-Fan ist, hat es mich ein bisschen enttäuscht hinterlassen. Ich hätte es nicht gebraucht. Weiß nicht, wie geht es dir, Krischee? Ich hatte eigentlich grundsätzlich, bevor die Serie kam, wenig Lust drauf. Dann kam WandaVision, was so ein bisschen überraschend gut rüberkam. Und danach hatte ich auch noch ein bisschen mehr Lust wieder an sich auf das MCU. Dementsprechend so ein bisschen Enthusiasmus, sich das dann doch anzugucken. Fand es im Gegensatz zu WandaVision jetzt nicht so, dass es mich in den Bann gezogen hat, dass ich unbedingt nächste Woche wieder in die nächste Folge gucken wollte. Das hat mich bei WandaVision schon eher, also es hat WandaVision schon eher hinbekommen. Aber es war so, dass, ja, ich fand es insgesamt noch mal gut. Also enttäuschend kann ich nicht sagen. Letzten Endes aber ist es halt wieder der beinahe selber MCU-Einheitsbrei. Also der ein, doch eins hat so ein bisschen Überdrüssigwerden des ganzen Themas. Daher, also es war jetzt halt ein bisschen Enthusiasmus bei, aber ich hatte jetzt nicht die hohen, trotzdem keine hohen Erwartungen. Daher auch keine Enttäuschung. Ich habe jetzt auch nichts gut Geskriptetes da wirklich erwartet. Ein bisschen die Hoffnung, vielleicht geht es mehr in die Richtung halt Winter Soldier. Das war ja schon, finde ich, ist einer der stärkeren Filme, der auch diesen, dieses gute Polit-Thriller-Gimmick da drin hatte. Das hat er halt nicht hinbekommen, hat er auch nicht meines Erachtens richtig ausgespielt. Es waren immer Ansätze da, aber so richtig was draus gemacht hat er jetzt auch nicht. Aber trotzdem hatte ich persönlich so meinen Spaß. Also das liegt aber auch hauptsächlich daran, ich mag halt die Darsteller, ich mag Anthony Mackie, ich mag vor allem Sebastian Stan. Die haben so eine gewisse natürliche Ausstrahlung, die haben eine ganz gute Chemie zueinander. Hast du schon recht, da war jetzt nicht so dieses Rich-Buddy-Komödie. Da fehlte ein bisschen manchmal so die Szenen zwischen den beiden, wo es auch mal häufiger lustig geworden wäre, gab es. Und am Ende war dann Daniel Brühl so irgendwie der heimliche Star als Simo, vor allem auf der Tanzfläche. Wie man schon anhand mancher Memes vielleicht festgestellt hat. Und White Russell, den möchte ich auch noch, den fand ich echt gut in seiner Rolle, weil der auch so schön, ja, eklig ist das falsche Wort. Aber halt schon so jemand, den man eigentlich nicht mochen mögen wollte, aber auch nicht so schwarz-weiß. Man hatte schon noch in gewissem Maße so die Motivation der letzten Endes Verstandenen. War ja auch nicht der, ist auch nicht die ganz üble Nummer, wie er dann teilweise im Internet, also da bin ich ja fast aus allen Wolken gefallen, wenn du dann hörst, der kriegt Todesdrogen, weil er die Rolle spielt, wo du dir denkst, nur den Kopf fasst und denkst, Leute, Corona hat euch ja schon einiges verbrannt anscheinend. Aber gut, das hätten die auch ohne Corona hingekriegt, sind wir ehrlich. Also insgesamt so als Schlusspunkt, machte Spaß. Vielleicht schaue ich mir irgendwann nochmal unmittelbar hintereinander an, vielleicht hat das dann noch einen besseren Effekt. Glaube ich jetzt nicht, aber grundsätzlich habe ich das nicht als Zeitverspendung empfunden. Ich hatte grundsätzlich meinen Spaß. Ja, es gibt halt so Folge 3, 4, sind so vom Setting her, ich sah die und dachte, das sieht irgendwie sehr, sehr, hat so John Wick-Geschmack. Und dann siehst du halt erstmal, dass natürlich einer der Schöpfer auch Derrick Colestad ist und dass er auch die beiden Folgen dann gerade geschrieben hat. Das ist schon sehr, sehr John Wick-Vibes, die da so durch die Szenerie schweben. Daher hätte ich dann am Ende vielleicht eher mehr von sehen wollen. War auch gleich überrascht, dass das bei Disney Plus dann untergebracht wird. Dass das also auch durchgeht, weil es da auch schon eine gewisse Härte gibt. Jetzt nicht in John Wick-Sphären, aber immerhin. Aber am Rest, du hast das echt gesagt, es fühlt sich für mich an wie ein sehr, sehr langgezogener Marvel-Film, der doch eher im durchschnittlich bis unterdurchschnittlichen Bereich für mich ist. Leider. Ich mag es halt, dass die auch mal beleuchtet werden, aber gut, das ist jetzt auch nicht. Ich kann jedenfalls stehen, der sagt, er mag es nicht. Mich macht es nicht traurig deswegen, wenn einer sagt, ich fand es nicht so gut. Da gibt es andere Beispiele, das macht mich dann schon, das triggert mich schon mehr, sage ich jetzt mal. Funktioniert halt bei jedem anderen anders. Ich bin mal auf Loki jetzt gespannt, der kommt ja jetzt im Juni. Da hege ich schon die, also habe ich von allen Serien die meiste Lust von vornherein empfunden. Aber das liegt auch einfach daran, dass Tom Middleton natürlich so ein geheimer Held in meinem MCU war und einfach Riesenbeliebtheit mit sich gezogen hat, einfach aufgrund dieses tollen Charismas. Sehr schön. Also durchaus diverse Stimmen zu Falcon and Winter Soldier. Da könnt ihr euch am besten selber ein Bild machen und schaut euch die Serie bei Disney Plus an. Dann haben wir als letztes, als letzte Serie für den heutigen Streamcatcher eine Serie, die wir alle drei gesehen haben. Ich glaube, einer von uns noch nicht bis zum Ende. Da könnt ihr mich gleich aber korrigieren, falls das nicht mehr aktuell ist. Und zwar gehen wir rüber zu Prime und zu der Serie The Flight Attendant. Und da mag uns initial der Timo ein paar Worte zu sagen. Ja, ich bin ja mal ganz vermessen und sage, das Beste kommt zum Schluss, weil das für mich eines der Serien-Highlights des bisherigen Jahres ist. The Flight Attendant, eine HBO Max-Produktion, die bei uns in Deutschland überraschenderweise bei Amazon Prime gelandet ist und nicht beim Haus und Hof und Dealsender Sky. Was, glaube ich, den Vorteil hatte, sodass man es wegbingen konnte. Nämlich alle acht Folgen ab knapp 50 Minuten konnte man an einem Stück schauen. Und ich habe das auch fast gemacht. Also ich habe die innerhalb von zwei Tagen weggeguckt und die ist hochgradig unterhaltsam. Es geht um die Flugbegleiterin Cassandra oder Cassie Bowden. Die hat ein hochaktuelles und hochakutes Alkoholproblem und fliegt und jettet als Stewardess durch die Welt. Und ja, die Prämisse ist, dass sie eines Tages mit einem Fluggast noch etwas, dem etwas näher kommt und sie eine gemeinsame Nacht verbringen und am nächsten Morgen sie neben der Leiche dieses Mannes aufwacht und sich an nichts erinnern kann. Und das ist über acht Folgen so wendungsreich, so schmissig, so leicht bei der ganzen Geschichte. Denn wir reden über eine alkoholabhängige Flugbegleiterin. Das kann man leicht ansetzen zu einem Familientrauma oder zu einem Drama. Das hätte man ganz, ganz schwer und ganz, ganz tragend und ganz, ganz Dramedy-mäßig inszenieren können. Und ich kann es ganz schwer einem Genre zuordnen, weil es so hüpft durch die Genres, dass ich das wirklich da auch gar nicht in irgendeine Kategorie packen würde. Ich habe mich unterhalten gefühlt, es war witzig, es war spannend, es war trotz des doch eher einfachen Plots am Ende so wendungsreich mit so vielen Finden, na klar gibt es irgendwann so ein bisschen Jumping the Shark, also diesen Moment, wo man auch vielleicht aussteigen könnte. Mich selber hat es eher noch an den Sitz gefesselt und ja, für mich eine absolute Kuck-Empfehlung, weil ich auch fürchte, dass viele das abgetan haben. Ich habe das auch an anderer Stelle schon mal in einem anderen Podcast in einer Zusammenfassung gesagt. Tut das bitte nicht ab unter, ach das ist doch nur hier Penny aus Big Bang. Das ist wahnsinnig gut gespielt und Kaylee Kouko hat das als Herzensprojekt auch ausgekunden. Die ist Produzentin, die hat sich des Stoffes, das ist eine Buchverfilmung, hat sich des Stoffes also frühzeitig, hat sie nicht annektiert, sondern hat ihn frühzeitig gekauft, um die Rechte gesichert, weil sie dieses kleine Baby in guten Händen, nämlich in ihren eigenen, ja realisiert haben wollte. Und das ist wirklich höchst gelungen. Also eine wirkliche Lobpudelei mit einem kleinen Kritikpunkt, den ich heute aber ausspare, den man glaube ich auch in der ersten Folge selber bemerkt. Aber ansonsten absolute Kuck-Empfehlung für The Flight Attendant. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick, aber... Ja, ich möchte da bei diesen warmen Worten eigentlich ungern den Partycrusher spielen, aber so schlimm ist es nicht. Also ich habe es nicht durchgebincht. Unser lieber Kollege, der Jan, war auch sehr begeistert und angetan von der Serie und daraufhin habe ich es mir auch angeschaut. War am Anfang auch sehr hooked. Also diese Prämisse, die du ja gerade erklärt hast, dass sie da etwas mit dem Fluggast anfängt und dann am nächsten Morgen aufwacht, sich ja nicht sehen kann und der liegt tot im Bett. Und dann kommt die Story in Gang. Das hat natürlich Thriller und auch ein bisschen Mystery-Potenzial. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Mich hat es dann hinten raus die Serie ein bisschen verloren, weil da gab es so ein paar Entscheidungen, ein paar Figuren, die für mich da ein bisschen zu viel Raum, zu viel Entwicklung durchgemacht haben. Aber das ist eigentlich auch nur ein kleiner Kritikpunkt. Ich fand es trotzdem eben über diese acht Folgen sehr unterhaltsam. Kann man problemlos mit Sicherheit auch wegbingen, so wie du es gemacht hast. Ich würde es auch empfehlen. Ich war jetzt am Ende nicht mehr so gehuckt und gehypt, wie ich am Anfang war. Aber es ist mit Sicherheit eine gute Serie auf jeden Fall. Krischi, du hast es noch nicht ganz zu Ende geguckt, oder? Korrekt, ich habe die Hälfte gesehen aus den ersten vier Folgen. Dann bin ich ja ins Steinzeitalter zurückversetzt worden. Mangels Internet und habe es daher noch nicht weiter gesehen. Timo hat vorhin was gesagt, was man nicht machen soll. Und das ging bei mir einfach nicht. Zumindest in den ersten zwei Folgen hatte ich, oder anderthalb Folgen muss man besser sagen, hatte ich das Problem. Ich habe da immer nur Penny aus The Big Bang Theory gesehen. Das liegt aber auch einfach daran, dass diese Serie sicher auch als, oder zumindest beschrieben wird, als Comedy-Thriller in der Beschreibung von Prime. Und dieser Comedy-Punkt für mich null funktioniert. Und wenn überhaupt, also nicht wenn überhaupt, sondern auch das Problem dann halt nochmal mehr erzeugt, dass ich dann denke, da ist Penny Alkohol und leichtes Mädchen oder so. Als wenn man wieder die ersten Staffeln von The Big Bang Theory guckt letzten Endes. Das ist nur, diesmal ist die Stewardess-Stadt in der Cheesecake Factory. Das hat sich glücklicherweise zunehmend abgelegt. Ich war tendenziell mehr hooked ab der, am Ende der zweiten Folge und dritten und vierte haben es auch auf jeden Fall auf den richtigen Kurs wiedergebracht. Also ich war eigentlich nach den ersten anderthalb Folgen schon kurz darauf, es zu beenden, weil es mich nicht gekriegt hat. Ich bin gespannt, wie es noch zu Ende geht. Und dann schreiben wir nochmal untereinander, glaube ich. Ich denke, die Serie wird uns sowieso noch ein bisschen begleiten, weil jüngst die zweite Staffel bestätigt wurde. Richtig. Die, glaube ich, für das dritte Quartal 2022 grob angekündigt wurde. Und das Ende macht es schon relativ deutlich, da wird noch was kommen. Das Ganze basiert ja auch auf einem Buch, glaube ich, was aber jetzt mit der ersten Staffel schon auserzählt ist. Ja, wir hoffen einfach, dass es nicht den Weg geht, den Game of Thrones ging, als das Buch auserzählt war. Und hoffen, dass die zweite Staffel auch noch begeistert. Aber ich denke, eine Empfehlung können wir alle geben für The Flight Attendant. Macht euch da selber ein Bild, gibt es bei Prime inklusive. Und damit wären wir mit dem regulären Programm auch durch. Es sei denn, euch beiden ist noch spontan irgendwas eingefallen. Nein. Nee. Dann freut ihr euch doch jetzt sicher wahnsinnig auf das Quiz, oder? Wie ein Schnitzel. Wie ein Schnitzel. Ich bin schon die Schultern am Kreisen, nämlich am Warmmachen. Ich habe ja leichte Kritik an dem letzten Quiz vernommen, was wir in dieser Besetzung durchgeführt haben. Es wurde mir öfter gesagt, das sei zu schwer gewesen. Was? Von wem das denn? Ich weiß nicht. Und deswegen habe ich heute, ja, ich weiß nicht, ob es leichter ist. Es ist auf jeden Fall ein bisschen was mit noch mehr Bezug zur aktuellen Folge. Und zwar möchte, habe ich heute mal, bin ich die ganzen Filme und Dokus durchgegangen, die wir heute im Programm haben, bis auf Army of the Dead. Der ist ausgeklammert. Sonst alle Filme und alle Dokus. Und habe mal nach dem Letterboxd-Rating geschaut. Denn das ist ja so unsere Filmplattform der Wahl. Und da wird ja immer ein Durchschnitts-Rating gebildet aus allen Ratings der Nutzer. Und habe da mal Filme und Dokus des heutigen Tages, wie gesagt, nach der Wertung sortiert. Und da ist eine Reihenfolge bei rausgekommen. Und diese Reihenfolge von oben nach unten, also vom Besten zum Schlechtesten, würde ich euch bitten, mir doch einfach mal darzustellen. In dem altbekannten Modus, der Gast fängt an, der Timo versucht, den am bestbewertesten Film oder Doku laut Letterboxd zu nennen. Und wenn es richtig ist, darf er weitermachen. Und wenn es falsch ist, ist der Krischi dran. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Regeln verstanden? Yes. Ja, wir fangen von oben nach unten an. Wir fangen von oben nach unten an. Es gibt ein paar Filme, die exakt die gleiche Wertung, eben bis auf eine Nachkommastelle haben. Da akzeptiere ich natürlich beide Antworten. Okay. Also, Timo, leg los. Ja, ich würde mal mit Jojo Rabbit anfangen. Das ist sehr richtig. Der erste Punkt für dich. Dann darfst du weitermachen. Übrigens eine 4,0 von 5. Dann bin ich schon bei Richard Jewell. Das ist nicht richtig. Krischi. Einschließlich Dokus, sagtest du, ne? Jawohl. Dann sage ich deinen Film des Jahres hier. Ich komme jetzt nicht mehr auf die Two Minutes. Beyond the Infinite Two Minutes ist noch nicht dran. Nein, Timo? Kleiner Tipp. Exakt die gleiche Durchschnittswertung wie Jojo Rabbit, also eine 4,0 Stand heute. Zwischen Zweien. Ich nehme wahrscheinlich den falsch oder sind beide falsch? Ich nehme sieben Minuten nach Mitternacht. Das ist leider falsch. Krischi? Du hast mich dadurch eigentlich, ich hoffe es jetzt zumindest, weil ich habe ja sehr viel, ich habe gelobhudelt ja, die Mitchells gegen die Maschinen. Das ist richtig, auch eine 4,0. Du bist weiter dran. Stark. Kleiner Spoiler, es kommen jetzt drei Filme mit einer 3,9. Haben wir echt so gute Filme heute besprochen? Ja, schon. Ja gut, ich hatte vorhin eigentlich noch, ich sage es jetzt mal, weil ich auch wie eine Doku schwarzer Adler. Richtig. 3,9. Du bist weiter dran. Kommt jetzt Beyond the Infinite Two Minutes? Das ist auch richtig, eine 3,9 und weiter dran. Einen haben wir noch mit der 3,9. Dann sage ich jetzt sieben Minuten nach Mitternacht. Das ist leider falsch. Timo? Dann bin ich jetzt bei Richard Jewell. Das ist leider auch falsch. Krischi? Auch falsch. Was war dein anderer Tipp? Honeydew? Nein. Der kommt noch nicht. Timo? Ich traue mich nicht so ganz, weil ich glaube, der ist so im Allgemeinen gar nicht so gut weggegangen. Aber ich nehme dann doch It Chapter Two. Nein. Der kommt später. Krischi? Wir haben ja eigentlich schon, The Movies, ist das überhaupt bei Letza Books dabei? Das ist dabei und du hast recht, eine 3,9. The Movies bei Letterboxd. Damit kommen wir von der 3,9 weg und gehen jetzt weiter runter. Das nächste, ich sage jetzt einfach mal das Rating an, ist eine 3,7. Krischi? Ich versuche es nochmal mit sieben Minuten nach Mitternacht. Das ist richtig. Ha, die 3,7 war es doch. Dann kommen noch zwei mit der 3,5. Richard Jewell? Das ist richtig. Das ist ein Lauf. 3 hast du gesagt. 2 mit 3,5. Ach, 2. Genau. Richard Jewell war der Erste. Ich sage jetzt mal Oxygen. Nein, noch nicht. Timo? Hm. Also vielleicht nochmal, auch für die HörerInnen, vielleicht macht es ein bisschen leichter. Ich sage nochmal kurz, welche Filme noch in der Verlosung sind. Und zwar haben wir in der Verlosung noch It Chapter 2 hast du gerade schon angesprochen. Oxygen ist noch dabei. Underwater ist noch dabei. Honeydew, Voyagers. Und Ready or Not. Und Sörensen hat Angst. Entschuldigung, der ist auch noch dabei. Die anderen habt ihr schon genannt. Ach ja, der ist auch noch dabei. Okay. Ich probiere es jetzt auch nochmal mit It Chapter 2. Nein, noch nicht. Grisci? Wir sind noch bei 3,5, ne? Jawohl. Ready or Not. Das ist richtig. Wir gehen runter auf eine 3,3. Dann. Dann, 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 dann. Ja. 3,3. Jetzt sage ich Oxygen. Nein. Mann. Timo? Echt. Ah, ich habe den schon so oft genommen und der hat mir kein Glück gebracht. Könnte mir vorstellen, dass es dann Sörensen hat Angst ist. Das stellst du dir vollkommen zu Recht vor. Das ist es nämlich Sörensen hat Angst hat eine 3,3. Dann gehen wir runter auf die 3,2. Es sind ja auch nicht mehr so viele dabei, ne? Es sind nicht mehr viele dabei, ne? So ein bisschen das Brain anzuwerfen. Was könnte da noch dabei sein? Ja, Grisci hat ihn ein paar Mal genannt. Ich weiß gar nicht. Er heißt ja eigentlich Oxygen. Oxygen von Azure. Das ist vollkommen richtig. Eine 3,2 hat Oxygen aktuell auf Letterboxd. Damit gehen wir auf die glatte 3,0. Ja, irgendwann muss er ja mal stimmen. Ich nehme jetzt mal It Chapter 2. Das ist korrekt. It Chapter 2 hat eine 3,0 bei Letterboxd. Und jetzt gehen wir in das 2-Komma-Segment und fangen mit einer 2,8 an. Jetzt geht es ja so ein bisschen nach Ausschlussprinzipien. Also es sind jetzt noch drei Filme. Wenn du die drei richtig errätst, dann hast du Gleichstand erreicht. Okay, das ist ja gar kein Druck. Ich verliere jetzt hier locker. Um mal ein bisschen Druck zu machen. Naja, mein Voyagers wird ja relativ weit hinten sein. Es hilft mir eigentlich gar nicht, aber 2,8 war der Score? Genau, 2,8. Ja, den hattest du ja relativ groß empfohlen. Ich habe damals, als wir darüber gesprochen haben, habe ich gar nichts gesagt. Ich habe den mal angefangen und dann habe ich gedacht, nee, an dem Tag kann ich den irgendwie nicht so ganz gebrauchen. Ich nehme diesen, du hast vorhin Frau Stewart gesagt, hier Underwater. Underwater ist richtig, 2,8 bei Letterboxd. Dann gehen wir auf die 2,6 als vorletzten Film. Ich habe vorhin immer schön daneben gelangt mit meinen, ich habe die zwei zur Auswahl und jetzt nehme ich den. Das war immer falsch. Das läuft natürlich. Das ist jetzt natürlich auch der Matchball, ne? Ja, richtig. Aber da ich ihn ja, also ich habe ihm ja 2 von 5 gegeben bei Letterboxd und ich war schon nett. Deswegen sage ich, dass der zweite in der Liste, also der mit 2,6 müsste der von dir empfohlene, oder leicht empfohlene Honeydew sein. Nein, das ist richtig. Und dann ist der letzte, und da hat Letterboxd mal absolut recht, Voyagers. Ja, vollkommen richtig. Ist ein bisschen schade, dass es für Voyagers nur einen halben Punkt gibt, deswegen hat der Krischi gewonnen. Nein, das ist natürlich falsch. Ganz ehrlich, bei dem Film, nein. Ich will nicht hier die weiße Fahne hissen, aber ich könnte es verstehen. Sehr schön. Was hat der Voyagers am Ende für eine Wertung? Eine 2,3. Boah, wo kommen wir nur 1,3? Das ist tatsächlich das Spektrum von Letterboxd in der heutigen Folge von einer 4,0 mit Jojo Rabbit und die Mitchells gegen die Maschinen bis zu 2,3 bei Voyagers. Also schon ein ganz schönes Spektrum. Und ihr habt beide sieben richtig erraten. Damit ist es ein glattes Unentschieden. Herzlichen Glückwunsch. Schade dünn. Ich war tatsächlich auch überrascht, dass die beiden Dokus so hoch gerankt sind. Wobei ich mir denke, dass die schon eher von einem Publikum geschaut werden. Also bei einer Doku weiß man, glaube ich, noch eher als bei einem Film, auf was man sich einlässt. Das war ja so ein bisschen meine Erklärung. Ich glaube, du interessierst dich prinzipiell schon eher mal fürs Thema und bist deswegen auch ein bisschen nicht offener, aber hast deswegen etwas wohlwollender vielleicht auch. Das kann schon sein. Ja, das denke ich auch. Also Schwarzer Adler hat von mir 4,5. Damit liegst du ein bisschen über dem Schnitt. Ja, das geht jetzt nicht, Krischi. Das ist jetzt aber nicht erlaubt. Sehr schön. Ja, damit haben wir da ein Unentschieden. Das war jetzt auch als kleine Ankündigung schon mal, liebe HörerInnen, das vorletzte Quiz, was ich ausrichte. Denn wir haben uns entschieden, dass wir zur zweiten Jahreshälfte den Spieß ein wenig umdrehen und der Krischi mal der Quizmaster wird. und mich ein wenig quält. Haha. Ganz genau. Und ich fürchte, da dreht die Ideenschmiede schon auf Hochtouren. Ja, das sind schon zwei, drei in der Mache, aber ich lasse mich da ein bisschen noch treiben von dem Inhalt der Folge am Ende. Ja, verstehe. Und wie wir das vielleicht der ein oder andere aus dem Adventscast kennt, den wir gemeinsam gemacht hatten im Dezember, da kann schon mal was ganz Fieses bei rumkommen, aber auch nicht brutal fies. Nee, sowas lasse ich ja raus. Also ich fange nicht an hier das bereits angefangene Rezensionsraten oder auch, was hatten wir da Schönes, falsche Beschreibung, schlecht erklärte Filmbeschreibung. Sowas lassen wir raus. Wir werden es ja ähnlich wahrscheinlich handhaben. Vielleicht auch nicht. Ich lasse den Patrick da mal ein bisschen schwitzen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Kann ja nicht nur mal die Ehre an mir liegen hier. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber eins habe ich ja noch. Eins habe ich ja noch. Ja, das könnte mich noch in Führung bringen. Das ist richtig. Ich bin Team Streamcatcher. Ja, es gibt das große Finale der ersten Jahreshälfte dann in der kommenden Folge. Ich bin jetzt drei Folgen ungeschlagen. Ja. Allerdings auch nur einen Sieg. Ja. So ein bisschen wie die Bilanz von Schalke 04. Ja, the trend is your friend. Wir nehmen dann einfach als Spezialgast für das entscheidende Quiz in der nächsten Folge Daniel Schröckert als Gast. Und dann finden wir da bestimmt ein Thema. Den mache ich platt. Wenn es dieses schlechte Filmquiz ist, dann spare ich mir das lieber. Sehr schön. Gut, damit wären wir im Groben durch. Es sei denn, ihr habt noch was auf dem Zettel, was ihr unserer Hörerschaft gerne mit auf den Weg geben möchtet. Bleibt gesund, schaut Filme und Serien, hört uns zu und teilt uns voll mal mit oder gerne mit, ob die Tipps euch geholfen haben oder auch nicht oder was man besser machen kann. Ganz genau. Diesem Appell möchte ich gerne final noch folgen. Gebt uns gerne Feedback, ob das für euch Spaß macht, ob das für euch so Sinn ergibt, wie wir den Streamcatcher jetzt im neuen Jahr aufziehen. Da sind wir wirklich um jedes Feedback, sei es per Facebook, per Twitter, auf Instagram oder eben in den typischen Podcast-Bewertungsportalen, hauptsächlich natürlich iTunes, immer sehr dankbar und nehmen das Feedback auch auf. Okay, dann bleibt mir zum Schluss nicht mehr viel außer dir zu danken, lieber Timo, dass du dich immer wieder bereit erklärst, bei uns Gast zu sein. Ja, sehr gerne. Es ist geheizt, dementsprechend sehr gern zu Gast. Sehr schön. Gut, ja, und euch wünschen wir einen schönen Mai. Wir hatten es vorhin schon gesagt, da kommt das ein oder andere Schöne zu den Streaming-Diensten. Habt viel Spaß damit und wir hören uns spätestens im nächsten Streamcatcher wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.